Wir schauen den Beans-Report mit den beiden Geschäftsführern Arno Heinisch und Heiko Gokulin. Beans-Report 2024, Interview mit den Geschäftsführern von Rocket Beans TV, interviewt von Colin Gable. Wow! Das muss ich mir angucken. ... für einen neuen Beans-Report. Wir blicken ein bisschen hinter die Kulissen. Was ging, geht und wird so abgehen bei Rocket Beans. Bin was raus. So, bin ich aber gespannt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es insiderisch zur Sache, wenn ihr euch dafür interessiert, was bei uns so passiert, was wir so geplant haben. Und das in einer neuen Runde. Der Beans-Report hat ja eine gewisse Tradition, die wir aber jetzt relativ lange für unsere Verhältnisse nicht mehr umgesetzt haben. Aus Gründen, die wir natürlich auch ein bisschen erläutern wollen. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir es schon mal wieder machen, warum dann nicht auch mal neu und fresh denken? Und das ist das Stichwort für die Runde, die sich heute zusammengefunden hat, um ein wenig über das zu reden, was uns alle eint. Und das ist natürlich Rocket Beans. Arno, du warst bislang immer derjenige, der diesen Beans-Report quasi alleine so ein bisschen full frontal geführt hat. Ich bin neu dabei. Ihr kennt mich vielleicht aus Sendungen wie Let's Play, Tilt, LMG. Aber hier sitzt noch jemand, der deutlich seltener vor der Kamera ist. Aber er ist natürlich ein sehr wichtiger Mann bei uns in der Doppelspitze. Heiko, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin tatsächlich das erste Mal dabei, aber schon seit einigen Jahren neben Arno, zweiter Geschäftsführer. Ihr kennt euch ja eigentlich schon super lange. Du bist ja Teil dieser Rakete im weiteren Sinne schon seit vielen, vielen Jahren. Wie habt ihr euch beide denn eigentlich kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt, als wir die Sendung Reload für 1plus gestartet haben. Und da habe ich Heiko mit Uko zusammen als Doppelspitze für die Redaktionsleitung eingestellt. Und das war eine spitzen Entscheidung. Ja, das ist so ein, also ich habe es auch vorher auch schon, also wir haben uns tatsächlich kennengelernt vorher, als wir damals für Game 1 mit der G eine Kooperation machen wollen. Also für die später Geborenen kann man sagen, G ist ein Gaming Magazin gewesen, so richtig gedruckt, so wie es das früher halt so gab. Und da wollten wir tatsächlich mal mit Arno und Co zusammenarbeiten. Ich bin letzte Woche 50 geworden, Budi hat mir zu meinem 50. auch nochmal gesteckt, dass tatsächlich die G damals auch Vorbild für Game 1 war. Denn die sind bei MTV zu Gast gewesen, haben gesagt, die wollen so etwas wie die G nur im Bewegtbild machen. Wie teilt ihr euch denn die Aufgaben, die so eine Geschäftsführung hat, eigentlich untereinander auf? Ja, wir sagen immer, ich bin der Innenminister und Arno ist der Außenminister. Also sprich, ich kümmere mich um viele operative Themen, was die Firma betrifft, also die Mitarbeiterführung, HR, wie man so neudeutsch sagt, eben solche Organisationsgeschichten und so weiter. Während Arno sehr gut darin ist, in Sales Deals, in Netzwerken, im Rausgehen, Vorträge halten und so weiter. Aber letztendlich ist de facto diese Trennung halt eher ein schönes Bild, weil intern ist fast alles und Arno ist genauso intern in allen Prozessen weiterhin drin. Plus, wir haben die Pandemie gehabt und danach jetzt zwei ultraschwierige Jahre, da kommen wir ja später auch noch ein bisschen genauer zu. Das heißt, da war nichts viel mit Außenminister, sondern wir mussten einfach gemeinsam gucken, wie wir das Ding hier wieder auf Vordermann bringen. Und da sind wir nach wie vor dabei. Aber dazu werden wir heute, glaube ich, ausführlich Stellung nehmen und mal ein bisschen erklären, wie das so gelaufen ist, warum es so gelaufen ist und wie wir hoffen und denken, es ist in Zukunft gelaufen. Ja, ihr merkt schon, ich bin relativ ruhig, weil es ist natürlich schwierig, was soll ich da groß kommentieren gerade? Es gibt noch nicht so viel zu reacten. Also in dem Fall bin ich auch eher neugieriger Zuschauer wie ihr. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt noch nicht so viel dazu reactet habe, dafür zu gesagt habe. Bislang ist ja auch noch wenig gewesen, wozu ich irgendwas sagen sollte. Woher kennst du die beiden? Woher ich die kenne? Nun, das sind die Geschäftsführer meiner Firma. Also, oder wie meinst du, wie ich sie kennengelernt habe? Aber das sind ja alles Old News für dich, oder? Das kommt darauf an, was sie sagen. Also es würde mich wundern, wenn sie da Sachen sagen, von denen ich noch nie gehört habe. Das stimmt. Aber es ist ja trotzdem dann erstens mal die offizielle Version zu hören. Ist ja auch immer mal ganz interessant. Ich kenne ja die Internas. Und das ist ja nun das, mit dem man nach außen geht. Das heißt, so doof sich anhört. Das ist das, was man an Transparenz eben auch dann zulässt oder auch sagen möchte in der Öffentlichkeit. Das interessiert mich dann schon, weil damit weiß ich ja dann auch, was ihr wisst. Da weiß ich auch, was ich sagen kann. Seit wann kennst du Arno? Arno kenne ich seit Game One-Zeiten. Also seit Game One im Prinzip angefangen hat. Irgendwann die Jungs besucht. Da waren Nils und ich noch bei Giga und die Jungs haben mit Game One angefangen. Und dann sind wir hoch, haben die besucht in Hamburg und waren natürlich dann auch bei der Arbeit in der Redaktionsräume und so weiter. Und da habe ich dann auch Arno kennengelernt. Raucht Arno viel? Ich glaube, Arno hat aufgehört zu rauchen, schon vor längerer Zeit. Für mich persönlich heißt das ja eigentlich nur, wenn Papa Eins Nein sagt, gehe ich zu Papa Zwei. Genau. Wenn Papa Zwei sagt, was für eine dumme Idee, feiert sie Papa Eins ab. Also so, dass du stellt sich das für mich. Ja, das ist streckenweise eine Strategie, aber wir haben sie schon durchschaut, Colin. Ich bin ein sehr leicht zu erziehendes Kind. Die Erziehung bereichert man sich selber. Aber wir haben es eben schon angedeutet und treue Zusehende werden es natürlich wissen. Wir haben pausiert mit dem Beans-Report. Arno, warum hat es so lange gedauert? Ich glaube, wir haben ein Jahr jetzt ausfallen lassen. Das waren zwei krasse Jahre, die letzten beiden Jahre. Vor allem im vorletzten Jahr, also 2022, das letzte Quartal. Das hat richtig reingehauen im negativen Sinne. Und 2023 war Kurzarbeit und so weiter, wo wir einfach auch keinen Bock hatten, jetzt ein Beans-Report zu machen. Also das ist so ganz ehrlich und offen gesagt, weil wir wollten erst mal gucken, wenn wir wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Ja, manchmal ist es halt schade, dass man sozusagen gefühlt immer wichtigere oder dringendere Dinge... Also das habe ich ja auch. Wann habe ich gest... Wann war das, Leute? Gestern, vorgestern habe ich ja auch ein bisschen über Internas gelabert. Aber was heißt Internas? Da habe ich so ein bisschen Fragen aus dem Chat beantwortet, ein bisschen erzählt. Und da habe ich auch schon erzählt, dass die letzten zwei Jahre auf jeden Fall rein wirtschaftlich gesehen die größte Herausforderung waren, die wir bei Rocket Beans hatten. Und manchmal ist es wirklich ein Wunder, dass es uns überhaupt noch gibt. Das muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wenn ich so 25 Jahre Revue passieren lasse, ich kenne es fast gar nicht mehr anders irgendwie. So traurig sich das anhört. Aber irgendwie so dieses von der Hand in den Mund leben, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber so nicht zu wissen, ob man noch ein oder zwei oder drei Jahre lang den Beruf ausübt, den man gerade ausübt. Und das ist echt schon... Das verfolgt mich schon so lange und ist tatsächlich auch mit der Grund, weshalb ich am meisten nicht Frust schiebe, aber so, was mich am meisten belastet in meinem Privatleben. Und das hat auf jeden Fall exponentiell zugenommen, seit ich Kinder habe. Einfach davor war das halt so, naja, gut, wenn es hier nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Aber jetzt gilt es halt, eine Familie zu versorgen und irgendwie ist das eine neue Form von Druck, der dann irgendwie plötzlich da ist. Plötzlich musst du halt irgendwie eine Perspektive in irgendeiner Form haben oder einen Plan oder irgendwie sowas. Und das hat sich auf jeden Fall... Das waren die letzten zwei Jahre sehr, sehr schwer, auf jeden Fall. ...zu tun hat, als dann vielleicht mit einem Beans-Report aufzuzeichnen. Aber jetzt sind wir mittendrin. Wie gesagt, wir wollen heute so ein bisschen auch in die Vergangenheit schauen. Was ist eigentlich so passiert in die Gegenwart? Was lief gut? Was lief schlecht? Aber auch natürlich einen Ausblick in die Zukunft wagen. Aber Heiko, fangen wir vielleicht einfach mal an. Der letzte Beans-Report ist zwei Jahre her. Wie ist es uns denn eigentlich so seitdem ergangen? Ja, wir sind ja unter uns. Ich würde mal sagen, scheiße. Es waren auf jeden Fall zwei, bisschen rationaler formuliert, herausfordernde Jahre. Weil gefühlt sind wir von der Pandemie in die Wirtschaftskrise geschlittert. So, und beides waren für sich genommen einfach krasse Ereignisse. Da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch einfach eine... Also krass, ich weiß jetzt nicht, wie Rocket Beans gewesen wäre oder wie die letzten zwei Jahre gewesen wäre. Wenn diese äußeren Umstände nicht gewesen wären. Aber die Pandemie mit allem, was dazugehört, also sowohl fürs Unternehmen als auch für jeden Einzelnen als Privatperson, war eine unfassbar krasse Zeit. Also nur mal zur Erklärung. Ich habe da nicht so viel drüber gesprochen in der Pandemiezeit. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt... Mein zweites Kind war noch ein Baby. Mein Erstgeborener ist in die Schule gekommen, war sozusagen ein Pandemiekind, war gerade in der ersten Klasse, als die Pandemie ausgebrochen ist. Und plötzlich hieß es Homeschooling. Und wir haben damals in einer relativ kleinen Wohnung, oder was heißt klein, so klein war die eigentlich gar nicht, aber vom Schnitt her war sie so, dass wir auf jeden Fall sehr eng aneinander saßen. Und plötzlich bist du zu Hause in der Pandemie, du musst dein Kind unterrichten, Schule, du hast ein kleines Baby noch zu Hause. Und plötzlich fällt alles weg, was irgendwie so normal ist, wenn man Kinder hat. Ich meine, viele erinnern sich vielleicht gar nicht mehr so oder haben das nicht mehr so auf dem Schirm, aber es gab die Spielplätze draußen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann es heute immer noch nicht glauben. Die Spielplätze waren abgesperrt draußen. Also ich konnte noch nicht mal mit meinen Kindern auf einen Spielplatz gehen, auf eine Schaukel oder auf eine Wippe. Es war alles dicht, keine Sportvereine, Schule, teilweise Haus, es war so ein Ausnahmezustand. Alle hatten ja auch irgendwie Schiss und alle waren irgendwie auch so, ja man war ja auch irgendwie so, man wusste ja auch gar nicht, wie das einzuordnen ist, so wie gefährlich ist das, wie schlimm ist das und so weiter. Also man hatte ja so ganz wirre Vorstellungen. Teilweise gab es deshalb auch kaum soziale Kontakte. Man wurde ja auch mehr oder weniger geächtet, wenn man in irgendeiner Form soziale Kontakte hatte. Auf der anderen Seite hatte man aber auch selber Schiss davor. Ich weiß noch, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch, meine Familie wohnt ja auch nicht in Hamburg. Das heißt, wir haben hier keine Tanten, keine Großeltern oder sonst irgendwas, sondern wir können nicht einfach mal die Kinder an einem Wochenende abgeben oder so, sondern die sind halt immer da. Wir haben halt niemanden, der uns hier hilft. Wir haben auch keine Nanny oder sonst irgendwas. Also es bleibt dann immer an meiner Frau und mir. Meine Frau arbeitet ja auch. Und das war eine unheimliche Herausforderung für uns als Familie, für uns als Paar, für die Kinder natürlich, für meinen Sohn, der ein völlig falsches Bild von Schule gekriegt hat. Also alles war komisch. Ich weiß noch, einmal kam mein Sohn nach Hause, da hatte er Geburtstag und war todtraurig und meinte so, ja, die Kinder durften heute nicht an meinem Geburtstag singen. Normalerweise war es so, in der Schule, wenn einer Geburtstag hat, hat die ganze Klasse Happy Birthday gesungen. Mein Sohn hat sich riesig drauf gefreut, dass sie für ihn Happy Birthday singen. Und es hieß aber, man soll nicht singen, damit sich Corona nicht in der Luft verbreitet, so ungefähr. Und deshalb durften die nicht singen. Die mussten mit Jacken an offenen Fenstern sitzen im Winter, ja, damit Durchzug ist. Also saßen die Kinder teilweise dann mit Jacken und Schal im Unterricht und sollten sich konzentrieren auf den Unterricht mit Masken. Sie wurden zweimal getestet in der Schule. Das muss man sich mal vorstellen, so ein Siebenjähriger geht in die Schule und kriegt jedes Mal irgendwie, muss erst mal getestet werden. Und so, die durften nur einzeln pro Klasse auf den Schulhof. Ja, also es durften sich nicht die Klassen durchmischen und so weiter. Ich kann es gar nicht alles mehr, ich will es auch gar nicht, da kriege ich Aggression, wenn ich nur dran denke. Aber das macht natürlich was auch mit dem Kind und es macht dann auch was mit einem als Familie. So, und das ist einfach eine schwere Situation, die man dann auf privater Ebene zu handeln hat. Und zeitgleich ist dann dann noch diese Firmenebene, die natürlich in einer Wechselwirkung sich befindet. Ähm, weil ich ja auch im Bereich Entertainment bin, wo ich nun mal dann vor die Kamera gehen muss und dann Happy Happy Joy Joy. Ich kann ja nicht vor die Kamera gehen, also habe ich oft genug gemacht und dann eine Fresse gezogen. Aber dann kriege ich es ja auch direkt, kriege ich auch direkt von der Öffentlichkeit aufs Maul. Warum ist er so schlecht gelaunt? Warum hat er keinen Bock? Warum ist er so müde? Warum schläft er ein, wenn er sich, wenn er keine Zeit hat, sich vorzubereiten? Warum ist er dann in der Sendung dies, das? Dann kriegst du das alles noch mit. Dann geht es wirtschaftlich natürlich teilweise den Bach runter, wie ja auch jetzt hier erzählt wurde und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht zehn Ausreden finden. Ich will einfach nur sagen, es war eine fucking schwere Zeit, sowohl für mich privat als auch mit der Firma. Und dann ist die Pandemie quasi zu Ende und dann bricht ein Krieg aus, der die Wirtschaftskrise einleitet und das sind alles Faktoren, die eben damit reingespielt haben, die die letzten Jahre sehr, sehr schwer gemacht haben. Auf unterschiedliche, auf unterschiedliche Ebene. Hier fragt Lyslem, hey Eddie, als frischgebackener Vater mal eine Frage, wie regeln deine Frau und du die Betreuung der Kinder ohne die Verwandtschaft, die in der Nähe wohnt? Ja, also ich meine, meine Frau macht Homeoffice, das ist ein absoluter Luxus. Die kann von zu Hause arbeiten und hat eine Zweidrittelstelle. Mittlerweile ist es halt so, dass die Kids in der Schule und in der Kita sind, sodass dann, wenn die fertig sind, dann meine Frau meistens auch fertig ist mit der Arbeit. Und ich habe natürlich den Luxus, dass ich mir den Stundenplan so auch gebastelt habe oder basteln konnte, dass ich auch viele Teile übernehmen kann. Ich streame ja deshalb auch häufig abends erst, wenn die Kinder dann schon ins Bett gehen, damit ich dann eben mittags oder morgens oder wie auch immer zur Verfügung stehe. Aber das ist natürlich ein Luxus, den nicht jeder hat. Das ist mir auch absolut bewusst, dass das ein Privileg ist, was ich habe, durch den Job, den ich habe. Aber dafür haben wir halt auch keine Verwandten. Also dafür können wir auch nicht mal ein Wochenende die Kinder zu Oma und Opa so einfach geben oder so, um mal wieder aufzuatmen oder so. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber generell wird es halt leichter, wenn die Kinder in der Betreuung sind, also Kita oder Schule oder so. Das macht es dann natürlich leichter, weil die Kinder dann erst mal betreut sind und man dann da irgendwie sich absprechen kann. Aber es ist natürlich immer ein organisatorisches Thema. Wir haben auch nur ein Auto, deshalb überlegen wir auch die ganze Zeit, ob wir noch ein zweites Auto holen. Weil wenn ich das Auto brauche, hat meine Frau das Auto nicht und dann muss das Kind aber vielleicht irgendwo ins Sportverein auf der anderen Seite von Hamburg oder so. Und dann muss dann meine Frau zwei Stunden Bahn fahren oder so. Also es sind immer irgendwelche komischen Deals oder irgendwelche complicated Geschichten. Aber das kriegt man halt irgendwie hin, so als Familie. Es gibt immer irgendwie eine Lösung und immer irgendwie eine Möglichkeit, das zu entknoten, sage ich mal. Ja, aber das ist total individuell. Also ich kann auch gar nicht irgendwelche allgemeinen Tipps oder so geben, weil die Familiensituationen sind so unterschiedlich. Allein schon bei Leuten, die ich kenne, die Kinder haben, ist schon so unterschiedlich. Das kann man eigentlich gar nicht so verallgemeinern. Okay, wir gucken mal weiter. Man kann sie nicht so über einen Kamm scheren, weil die Pandemie war tatsächlich nach der ersten Schockstarre, was passiert hier überhaupt weltweit? Man hat sich ja wie im Zombiefilm gefühlt. Dann doch auch eine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit, weil nach einer anfänglichen Zeit, wo Budgets und so weiter eingefroren waren, haben die Leute gemerkt, okay, alle sitzen zu Hause, sie brauchen Entertainment. Das heißt, das lief tatsächlich relativ gut. Das war wirtschaftlich für uns letztendlich erfolgreich, aber zwischenmenschlich natürlich eine riesen Herausforderung. Dazu muss ich sagen, da bin ich mir bis heute noch nicht sicher. Also natürlich war es so, dass während der Pandemie die Leute saßen zu Hause und deshalb gab es ja in der Pandemie auch ständig neue ... Ist das der Tisch gerade hochgegangen? Egal. Aber es gab ja auch, also es gab ja dann immer mehr Streaming-Dienste und so weiter. Wir haben ja dann auch angefangen zu streamen. Also dieses Thema Streaming, Gaming, waren natürlich erst mal per se keine Themen, die unter der Pandemie gelitten haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Leute haben mehr geglotzt und mehr gezockt als je zuvor. Trotzdem muss man, glaube ich, überlegen, ob es langfristig nicht doch geschadet hat. Ich kann es selber gar nicht beurteilen, aber natürlich ist auch das Geschäftsmodell von uns hat sich dadurch auch verändert. Und auch die Konkurrenzsituation hat sich verändert. Vor der Pandemie gab es noch nicht so viel Streaming und Kram, sag ich mal, vergleichsweise Konkurrenz im weitesten Sinne wie nach der Pandemie. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der Wettbewerb durch die Pandemie krasser geworden ist. Aber das ist nur ein Gefühl. Kann ich jetzt nicht empirisch belegen. Jeder hat es von uns durchlebt. Das muss ich ja nicht erläutern. Die Wirtschaftskrise war wirtschaftlich herausfordernd, denn tatsächlich sind einfach viele unserer Partner abgesprungen, beziehungsweise hatten mit sich selbst zu tun. Und die war zwischenmenschlich auch sehr herausfordernd. Denn Arno hat ja schon erwähnt, wir sind in Kurzarbeit gewesen. Und das war für uns als Team tatsächlich auch eine ganz dicke und schwere Zeit, die wir durchleben mussten. Arno, in zwei Jahren ist eine Menge passiert. Unter anderem ja natürlich die Umstellung des Senders. Und für alle da draußen, die es gar nicht mitbekommen haben, wir haben so ein bisschen was geändert. Wir haben diesen 24-7-Sender ja eingestellt, den wir damals hatten, der uns ja auch definiert und groß gemacht hat. Jetzt sind zwei Jahre ins Land gegangen. Wie lief das für dich? Wie bewertest du das Ganze? Also ich würde sagen, es nach wie vor war die richtige Entscheidung. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, haben die sich im Durchschnitt auch positiv entwickelt. Aber das war ja nicht die einzige Messlatte, warum wir den Sender abgeschaltet haben. Wir haben festgestellt, dass über 80 Prozent, glaube ich, der Zuschauerinnen und Zuschauer eh wie ODI schon geguckt haben. Wir haben uns ein enges Korsett verpasst, jeden Tag sechs bis zehn Stunden live zu machen, wo wir zum Teil aber einfach dann auch inhaltliche Relevanz verloren haben. Also es war einfach so, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten, jeden Tag live zu gehen, ist auf die Qualität der Sendung gegangen. Das haben wir ja damals auch, glaube ich war Etienne noch dabei und Lisa und du, haben wir das ja auch genau vorgestellt, warum wir das machen mit Life is Life und VOD ist VOD. Und die Sachen haben sich, würde ich sagen, schon auf... Das ist lustig. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Das ist so krass, ey, mein Gehirn. Es ist echt so... Manchmal erzählen mir Leute, ey, damals hast du das gemacht oder hast du das gemacht oder du warst da oder du warst da. Oder erinnerst du dich noch, als du diese Sendung gemacht hast oder hier zu Gast warst oder so? Es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Ich könnte dir nicht mal einen Satz sagen, den ich da... Ich könnte dir nicht mal sagen, in welcher Kulisse ich gesessen habe oder whatever. Auch bewahrheitet und wir wollten mehr Qualität statt Quantität und das haben wir, glaube ich, hinbekommen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, funktioniert es eigentlich sehr gut. Und Anton und Max haben noch was vorbereitet. Ben hat das richtig schön grafisch aufgestylt. Die werden im Hintergrund auch eingeblendet. Und es ist so, dass wir im Schnitt... Also wir haben zwei Zeiträume betrachtet. Einmal von Oktober 20 bis November... Ne, von November 20 bis Oktober 21. Also genau das Jahr, bevor wir den Sender abgeschaltet haben. Dann haben wir einen kleinen Sprung gemacht, um einfach mal ein Jahr ohne den Sender anzuschauen. Und das ist von November 22 bis Oktober 23. Also es ist jeweils genau ein Jahr. Und da haben wir uns die Zahlen angeguckt. Und man kann sagen, dass die Live-Zahlen am Donnerstag um 10% gestiegen sind in den Vergleichszeiträumen. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass in dem Donnerstag Vorsender abschalten lief Kino Plus als Upload. Und Kino Plus war schon immer... So haben wir vormittags aufgezeichnet und dann abends um Viertel nach acht ausgestrahlt. Das war eigentlich immer schon ein VOD-Format. Also da muss man in der Ferne sagen, jetzt plus 10%. Und eigentlich haben uns die auch nicht gereicht. Wir haben schon, wenn man auch ehrlich ist, da noch höhere Live-Zahlen erwartet. Deswegen sind wir unter anderem auch auf RBTV Home jetzt auch gekommen, haben das entwickelt. Und da finde ich, die ersten Wochen gestalten sich durchaus gut, sowohl inhaltlich als auch von der Identifikation, vom Community-Austausch und so weiter. Also da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Und freitags haben sich die Live-Zahlen auch, ich meine, um acht Prozent verbessert. Aber auch da hätten wir mehr erwartet. Also kann man sagen, dass wir ja nur noch Donnerstag und Freitag live sind, hätten wir eigentlich gedacht, dass sozusagen die Neediness, falls es das Wort gibt, also der Wunsch nach, ey geil, Rocket Beans ist live, lass einschalten, dass insgesamt die Quoten noch höher sind, muss man auch ganz ehrlich eingestehen. Aber sie sind zumindest ein bisschen besser geworden, aber da ist Luft nach oben und ich glaube, da werden wir halt weiter dran arbeiten. Wo es wesentlich besser aussieht, sind die VODs, also die On-Demand-Abrufe, da haben wir im Durchschnitt 30 Prozent mehr Klicks. Also wir haben den Zeitraum der ersten 28 Tage, wie viele Klicks gab es in den ersten 28 Tagen und da haben sich im Durchschnitt die Abrufe um 30 Prozent erhöht und beim RBTV Raubkanal sind das sogar über 50 Prozent. Das sind so Sachen, für die ich mich eigentlich auch fairerweise selten interessiere, beziehungsweise sie nicht wirklich, also was ich nicht interessiere, ist vielleicht ein bisschen falsch. Natürlich will ich auch immer, dass wir irgendwie uns steigern und bessere Zahlen haben und so weiter. Aber erstens kann ich mir das nie merken und zweitens ist halt für mich dann am Ende des Tages auch immer entscheiden, okay, aber was bedeutet das jetzt? Also, okay, mehr Klicks, okay, das ist erstmal nice, aber was bedeutet das jetzt? Bedeutet das wirklich, dass wir stabiler sind, dass wir mehr Sicherheiten haben, weiß ich nicht, dass wir mal Eigenkapital aufbauen können oder so? Was konkret, also für mich ist es eher interessant, was ergibt sich daraus? Weil letztendlich sind wir ja nicht im Werbemarkt, so zumindest nicht im Werbemarkt wie bei Einschaltquoten im Fernsehen oder so, wo du direkt quasi zurückrechnen kannst, ah ja, 18 Prozent Marktanteil, das bedeutet so und so viel, sondern das sind natürlich wichtige Faktoren, weil du gehst damit zu Kunden, zum Beispiel Warsteiner und zeigst denen, okay, hier, pass auf, das sind unsere Zahlen und kannst dann mit dem Kunden verhandeln über ein Sponsoring oder was auch immer. Und natürlich ist es immer besser, höhere Zahlen zu haben als niedrigere, ist ja logisch. Ähm, aber die Zahlen sind ja trotzdem in einem Segment, wo man sagen würde, es ist Nische. Also es sind ja nicht die Zahlen, die jetzt die, ähm, mit denen du ein Millionenpublikum ansprichst oder so Monte-Knossi-mäßig ähnliche Zahlen sind. Deshalb, ähm, weiß ich nicht, wie relevant es ist. Ich hab da auch nicht mein Hauptaugenmerk drauf, das ist auch nicht meine Stärke. Für mich ist es eher so ein Indikator, wenn ich sowas höre oder sehe, dann sag ich mir, okay, cool, die Zahlen entwickeln sich, das heißt, irgendwie geht's in die richtige Richtung. Das ist das, was ich letztendlich draus ziehe. Für Sales und Arno und Heiko und so ist es natürlich nochmal, äh, wichtiger. Das ist schon ganz cool und zeigt einfach auch, dass das funktioniert. Was auch noch ganz spannend ist, wir haben natürlich insgesamt viel weniger Output. Ich glaub, wir haben, keine Ahnung, 45, 48 Prozent weniger Videos hochgeladen. Also in diesen beiden vergleichbaren Zeiträume. Ähm, und haben dadurch natürlich auch insgesamt weniger Reichweite. Also es wäre Quatsch zu sagen, wir haben jetzt insgesamt mehr Reichweite. Wenn wir, keine Ahnung, 800 Videos weniger im Jahr, ähm, hochladen, ist ja klar, dass dann die Gesamtreichweite, ähm, ähm, sinkt. Aber sie ist, glaub ich, nur um 30 Prozent gesunken. Und was ich total spannend finde, ist, dass die YouTube-Umsätze im Vergleich nahezu gleich geblieben sind. Also obwohl wir um 48 Prozent die Video-Zahlen, ähm, ähm, Video-Output runtergefahren haben, haben wir nur drei Prozent weniger Umsatz gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das zeigt eigentlich, dass es die richtige Strategie war. Entlastung des Teams war auch eine wichtige Motivation, die wir irgendwie damit erreichen wollten. Entlastung der Regie, ähm, Konzentration auf Inhalte. Und das hat eigentlich alles gegriffen. Also natürlich sind nicht alles irgendwie, alles rosarot, aber es ist, glaub ich, strategisch die richtige Entscheidung gewesen. Also die würde ich mich anschließen, das ist ja immer so. Also wie du ja auch schon gesagt hast, ne, diese, diese Erwartungshaltung, die man zum Beispiel an Live-Tage hat, ist ja nicht so, dass wir isoliert arbeiten. Dass wir einfach sagen können, wir hatten diese Situation mal so, jetzt stellen wir ein paar Parameter um im Labor und dann erwarten wir das und das Ergebnis. Der ganze Rest der Welt dreht sich auch weiter. Die Pandemie hat ja auch, was das Thema Livestreaming angeht, nochmal eine ganz andere Dynamik reingespült. Das sind plötzlich auch ganz neue Konkurrenten. Klar, ich hab das auch vernommen, wie wir alle da draußen vermissen auch einige Menschen natürlich Formate, die vielleicht nicht mehr in der Frequenz kommen oder wo wir uns eben auch eingestehen mussten. Hier war eben der Aufwand einfach dann zu groß für das, was letztendlich dabei rauskommt. Aber ich glaube so unterm Strich zeigt sich das in den Zahlen ganz gut, dass die einzelnen Formate dann eben auch mehr geklickt werden, dass die Live-Zahlen insgesamt dieser Strategie entsprechen. Aber ja, das ist immer eine stetige Reise. Aber es war eine Menge Zahlenwerk und glaube ich, das, was man spürt, ist eben auch diese Entlastung. Ich meine, ich kann das selber nur so ein bisschen als on-air sagen, so als ich noch davor war, auch in früheren Zeiten, teilweise dieses, da musst du einfach von Studio zu Studio springen und eben so ein Let's Play machen und dann mal da rein. Hast du überhaupt keine Zeit für Vorbereitungen? Auch die Redaktion hat weniger Zeit, sich Gedanken zu machen, Dinge mal ein bisschen üppiger zu gestalten oder anzudicken. Und das ist schon eine Entlastung, die sich ja natürlich dann auch in anderen Gewerken spürbar macht, letztendlich. Was bedeutet das denn wirtschaftlich? Wie sieht es denn da aus, 2022, 2023? Also wie die letzten Jahre wirtschaftlich liefen? Ja. Ich habe 1995 nach meinem Diplom, Herr Oppa erzählt jetzt vom Krieg, ich habe 1995 nach meinem Diplom angefangen zu arbeiten. Ich habe jahrelang angestellt gearbeitet, für ProSiebenSat.1-Sendungen verantwortet, 2003 meine erste Produktionsfirma gegründet, Riesenbuhei, 2011 die zweite Rocket Beans. Es war seit 1995 immer ultra viel Arbeit, ultra stressend, ultra anstrengend, aber es hat mir immer ultra viel Spaß gemacht. Sonst hätte ich es auch gar nicht machen können. Sonst hätte ich gar nicht diesen ganzen Stress aushalten können, so viel arbeiten können. 2022, vor allem das letzte Quartal und 2023, waren die schlimmsten Jahre in meinem Berufsleben. Kurz hier mal auf die Frage eingehen von Flatulenzen und Partner. Spielt das für Werbepartner eigentlich eine Rolle, dass RBTV eher eine ältere Zuschauerschaft hat und somit auch potenziell kaufkräftiger oder ist das irrelevant und nur die reine Reichweite zählt? Ich bin da kein Experte in Marketing und Sales. Erfahrungsgemäß, also es spielt schon eine Rolle, glaube ich, für bestimmte Kunden, also es gibt schon gewisse Kunden oder Produkte, die sich an eine ältere Zielgruppe richten, was weiß ich, Baumärkte zum Beispiel oder so. Was ich das Gefühl habe, zum Beispiel beim Influencer-Marketing, sofern ich da überhaupt Einblicke habe, ist es sehr, sehr strange. Es ist sehr, sehr strange. Da wird sehr viel, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es noch so ein neues, in Anführungsstrichen, Thema ist, dass da noch nicht so viel Erfahrung herrscht wie in klassischen Werbemethoden. Bei so Influencer-Marketing-Geschichten habe ich das Gefühl, dass nur die Reichweite fast zählt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn du jetzt Werbung machst, also, weiß ich nicht, Schminkprodukte, die wären natürlich eher eine weibliche Zielgruppe, dann sich aussuchen und andere Sachen dann eher männlich oder eher älter und jünger. Das gibt es natürlich immer pro Produkt. Aber erstens ist es ein Irrglaube, glaube ich, zu denken, dass die junge Zielgruppe nicht kaufkräftig ist. Wenn ich mir auch angucke, wie junge Menschen sind natürlich sehr markenbewusst und tragen teure Klamotten und so weiter und sind da irgendwie trotzdem sehr, sehr relevant. Und was mir auffällt, ist, dass oft überhaupt nicht interessant ist, für was eine Person steht. Das bezieht sich jetzt eher für Influencer-Marketing. Was ich damit meine ist, dass da die Leute vermehrt nur auf Reichweite achten. Denen ist es also fast egal, ob das jetzt, was weiß ich, ob Haftbefehl oder Knossi-Werbung macht für das Produkt. Am Ende des Tages geht es denen einfach darum, wer erreicht am meisten Menschen. Denen ist nicht so wichtig, ob jetzt Haftbefehl überhaupt zum Produkt passt oder eher Knossi, sondern einfach nur die Reichweite. Was ich natürlich für einen fatalen Fehler halte, weil ich glaube, dass ein Brand auch, dass es Leute gibt, die einen Brand besser vertreten können als andere, wenn da ein Brand fit ist, um jetzt hier mal im Marketing sprechen zu bleiben, ein Brand fit, also Leute, die besser zu einer Marke passen als andere. Und dass nur Reichweite allein auch nicht immer ein Garant dafür ist, dass Interesse wirklich vorhanden ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten mal vor, das war auch in der Pandemie, meine ich, zwei, drei Jahre her oder so, hatten wir so ein Ding, eine Anfrage, ich weiß gar nicht mehr über was, das kam über irgendeine Influencer-Agentur oder irgendwas, keine Ahnung, von Netflix. Und die wollten, dass wir Extraction gucken. Vielleicht erinnern sich einige davon. Simon, ich glaube, Simon, Nils und ich haben zusammen eine Watchparty gemacht mit Extraction, dem Film mit Chris Hemsworth. und auch noch die eine, wie heißt sie, von so einer Girl-Casting-Girl-Group. Jesus, wie heißt sie? Nicht Senna, nicht No Angels. Kann das sein? Gibt es eine Senna? Senna? Monrose. Ja, Senna von Monrose. So. Ich glaube, die war das. Senna von Monrose hat das auch gemacht. Und Senna von Monrose hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, über eine Million Follower auf Instagram. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir so, weiß ich nicht, 80.000, 100.000, irgendwie sowas. So, und dann wurde das hochgeladen, also diese Watchpartys, also nur diese Perspektiven von uns und von ihr und wir mussten das auf Instagram bewerben. Und unser Video hatte irgendwie auf YouTube, ich weiß es nicht mehr genau, 50.000, 60.000 Klicks. und das von Senna hatte, glaube ich, weiß ich nicht, 1.000 oder 2.000. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Senna dissen oder uns irgendwie auf ein Podest heben, aber natürlich ist dann eine andere Zielgruppe. Die hat zwar eine Million Follower, aber erstens mal bin ich mir nicht sicher, ob das alles, ob diese eine Million Follower wirklich so auf organischem Weg normal zustande gekommen sind, aber wie viele von Senna Monroes Zielgruppe hat Bock auf so einen Actionfilm mit Chris Hemsworth im Vergleich zu drei Nerds, die mehr oder weniger ja, eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben. Lange Rede, kurzer Sinn. damit will ich nur sagen, ich wette, die hat das Zehnfache logischerweise von uns bekommen, weil sie ja dann da bei der Agentur sagt, ja hier, ich habe eine Million Follower, also tausender Kontaktpreis, dies, das, zack, her mit der Kohle. Und das ist halt bei so Influencer-Marketing glaube ich oft immer noch der Fall, dass einfach nur auf die Reichweite geguckt wird und dass den Leuten, die Werbung für ein Produkt machen wollen, egal ob das für Spiele sind oder für andere Produkte oder so, dass denen das fast egal ist, wer das macht, Hauptsache der hat eine große Reichweite und das halte ich zumindest für falsch oder zu kurzsichtig gedacht, aber es ist ja auch nicht meine Kohle. Letztendlich gibt da irgendein Kunde die Kohle aus und denkt sich dann halt, ja gebe ich das jetzt lieber dem Typen mit 5 Millionen Followern oder denen mit 30.000 Followern und dann ist es wahrscheinlich normal, dass er den mit 5 Millionen nimmt, auch wenn er dann dafür mehr zahlen muss, aber ja, das müssen die ja letztendlich wissen. Aber es ist ein bisschen komisch manchmal. Ziemlich langer Exkurs jetzt hier zu diesem Thema. Also es war der totale Horror, es hat Spuren hinterlassen, es ist an die Substanz gegangen, Existenzängste gehabt. Wir haben in der Firmengeschichte die ersten beiden Jahre Minus geschrieben, wir haben nie Minus geschrieben, haben 2011 die Firma gegründet, im ersten Jahr Gutesplus gemacht, dann eigentlich immer so mit Ach und Krach, mit Ach und Krach durchgehört, keine Ahnung, 7 Millionen Euro, 30.000 Umsatz und 7 Millionen Euro Kosten, yeah, 30.000 Euro Gewinn bei 7 Millionen Umsatz, das stimmt schon so in einem Geschäftsmodell, das kann man durchaus auch mal hinterfragen, aber wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben. 20, wie Heiko es ja eben schon angedeutet hat, 20, 20, 21, haben wir echt guten Gewinn gemacht, auch während der Pandemie, auch weil wir die Gamevation mit erfunden haben und waren echt, wir dachten, wir sind auf Spur und dann zerreißt uns 20, 22 und 23, wir machen fettes Minus, zwei Jahre hintereinander, haben unseren Puffer aufgebraucht, das ist, das geht, das nimmst du mit unter das Kopfkissen, also, wie liefen die letzten zwei Jahre wirtschaftlich? Schlimm. Ich hoffe, wir haben jetzt den Turnaround, deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil wir ein Licht am Ende des Horizonts sehen, wir versuchen das auch nachher darzustellen und jetzt fragst du dich bestimmt nach den Gründen, warum es so schlecht lief. Ja, ein paar haben wir ja schon angedeutet, also logischerweise, aber das ist natürlich ein bisschen komplexer in einem Konstrukt wie Rocket Beans, was ja auch verschiedene Säulen hat. Heiko, wie beurteilst du das? Also, wo siehst du dann die Gründe? Ja, es fehlen einfach in den Jahren Sponsoren, Partner, ich habe es ja vorhin mit der Pandemie verglichen, in der Pandemie gab es am Anfang echt so eine Schockstarre, wir haben ja manchmal mit Leuten direkt zu tun, manchmal mit Agenturen und so weiter und da waren zum Anfang auch alle Budgets eingefroren, weil es hieß, was geht hier eigentlich, wir wissen gar nicht, was lief. In der Pandemie hat sich alles aber sehr schnell erholt und bei dem Ukraine-Konflikt, bei der Wirtschaftskrise war es tatsächlich auch zum Anfang so und wir dachten, es wird sich schnell erholen. Es hat sich aber nicht erholt und die verschiedenen Sachen, plötzlich wurden die Heizungskosten teurer, die Leute hatten weniger Geld, Produkte wurden teurer, die haben sich alle so hochgeschaukelt und man muss tatsächlich sagen, obwohl ihr, liebe Community, uns richtig geil unterstützt, Merch kauft, RKT bei den S kauft, durch den RBSC uns wahnsinnig gut supportet, den ganzen Bums hier kann man alleine dadurch, es wäre ein Traum, nicht finanzieren und wir sind halt von Markenpartnern abhängig und gerade die sogenannte Event-Strategie, wie wir es genannt haben, die ist da nicht hingehauen. Also Events haben wir immer schon gemacht, aber wir hatten gerade in der Zeit ja gesagt, okay, wir wollen jeden Monat was Großes machen, was richtig Tolles, weil das ist eine Kernkompetenz. Wir haben eine hohe Production Value bei Rocket Beans, wir haben ein Riesenteam, wir haben eine Expertise über viele Jahre, was so Gameshows betrifft. Wir dachten, wir machen es jeden Monat und dafür braucht man nicht mal eben einen Briefumschlag Geld, sondern braucht man ein Köfferchen vor Geld und die Koffer sind einfach rarer geworden. Da haben wir gemerkt, okay, das haut nicht hin. Die Gamevation musste abgesagt werden im letzten Moment. Genau. Das war das letzte Quartal, 2022, und da sind uns mehrere Sponsoren kurz vorher abgesprungen und die hatten wir natürlich in der Jahresplanung drin. Also 2022 war gar nicht so schlecht. Das erste Quartal ist meistens mies, den zweiten haben wir angezogen, das dritte war auch gut, aber natürlich das viertes, meistens das Umsatzstärkste, darauf haben wir gebaut und das hat es halt einfach komplett zerrissen. und das war krass, weil wir so eine Erfahrung vorher halt auch nie gemacht haben. Es war das erste Mal, dass wir in so einer Krisensituation sind und da hat man auch gemerkt, dass wir halt nicht mehr in der Speedboot sind, schon auch so ein gewisser Tanker geworden sind und da muss man erst mal damit umgehen. Das war für uns alle extrem herausfordernd. Ja, vielleicht ist es nur um es kurz einmal zu beleuchten für alle, die nicht so ganz so deep sind. Diese Eventstrategie, die ja auch mal wieder rumgeistert, die war ja genau in diesem Jahr mit dem Ende der Senderumstellung quasi eine Maßnahme, dass wir sagen, wir sind weniger live, wir wollen qualitativere VODs machen und wir ergänzen das Ganze um eine Eventstrategie, die wirklich zum Ziel hatte, einmal im Monat soll es ein richtig großes Event sein. Sei es jetzt die Gamescom, Fußball, Golf, was auch immer kommt, aber am Ende des Tages, wie sagt man immer so schön, der ganze Bums will ja auch bezahlt. Ja, es war echt enttäuschend, weil die Strategie und die Formate, die wir, die ihr euch ausgedacht habt, die waren tatsächlich auch streckenweise richtig geil und streckenweise musste man Ja, ich sag's nur, Water Wars. Eines Tages, Leute, werden wir es machen und die Leute werden sagen, fuck. ProSieben wird sagen, fuck. Warum machen wir das nicht bei uns? Wahrscheinlich wird es ProSieben machen, bevor wir es machen und wir werden sagen, fuck. Jetzt hat es ProSieben gemacht. Oder muss man auch so ein Format halt mehrere Male machen und das war uns einfach nicht vergönnt so oft, dieses und jenes Format zu machen. Ich glaube aber, dass wir jetzt ja hier sitzen, wir würden es uns gerade jetzt so, Arne und ich als Geschäftsführer, aber auch tatsächlich zu einfach machen, wenn wir sagen, oh, wir sind Opfer der Umstände. weil in schlechten Zeiten auch viel offenbarer wird, was man vorher vielleicht falsch gemacht hat, wobei falsch ist ein hartes Wort, das ist so richtig ein Wort wie Fehler, aber wo wir nicht genau genug hingeschaut haben. Das heißt, auch wir haben tatsächlich Fehler gemacht. Ich kann das vergleichen, das immer so gerne mit so einem Schrank, in den man reinguckt. Weißt du, in guten Zeiten guckst du in so einen Schrank rein, du machst es irgendwie auf und dir fallen die Kisten entgegen und denkst, Alter, sofort wieder zu, ich gucke da überhaupt nicht rein. So, und jetzt in schlechten Zeiten, in den letzten zwei Jahren mussten wir strechendweise ja auch mit dir irgendwie uns jeden fucking Schrank anschauen, jede Kiste mussten wir aufräumen. Und um jetzt nicht nur in Metaphern zu sprechen, so, uns ist einfach der Kostenapparat auch über den Kopf gewachsen. Also, es ist nicht so, dass da irgendwie krasse Fehlentscheidung da war, aber wir hatten es nicht mehr so genau im Blick und Kostenentscheidungen sind bei uns natürlich als, sag ich mal, Kreativunternehmen viel Personalentscheidungen und die Personaldecke war am Ende für die Einnahmen, die wir hatten, einfach zu groß. Diesen Fehler haben auch andere Firmen gemacht. Man hat ja gesehen, dass irgendwie die tollsten Gaming-Firmen der Welt, ganz viele Tech-Konzerne und gefühlt jeder Zweite sowieso in den letzten Monaten und Jahren Leute entlassen musste. Aber dafür müssen Arne und ich auch die Verantwortung übernehmen als Geschäftsführer. Und dementsprechend mussten wir uns ein bisschen verkleinern. Streckenweise wurde uns die Entscheidung von selbst abgenommen, weil die Kurzarbeit einfach sehr lange gedauert hat. Dazu kam, dass 2020, 2021, beide wirklich richtig gut liefen und dass uns auch das Gefühl gegeben hat, dass die ganzen Stellschrauben, die wir gedreht haben, endlich greifen sie. Nicht mit Ach und Krach im Dezember auf die Zielgerade und 20.000 plus, sondern gute sechsstellige Beträge, die wir irgendwie als Gewinn erwirtschaftet haben. Wir dachten, das ist jetzt die Richtung, die wir eingeschlagen haben und das verursacht oder das hat dann vielleicht in Sicht, dass man dann manche auch nicht so Spaßmachende, nicht so geile Entscheidungen hinaus zögert oder eventuell zu spät macht. Und wir brauchten ja einfach auch das Team, diese ganzen Events zu stemmen, was wir dann halt immer rausgehauen haben. Hier ist meine Gamescom und dann hast du noch mal ein Haus an Haus und dann machen wir dies noch mal und den Monatsabstand und ihr habt ja ganz schön geächtzt auch und ich genauso und Arno genauso. Aber wie gesagt, dass im Nachhinein ein Fehler war und beziehungsweise vielleicht auch kein Fehler, weil zu dem Zeitpunkt war es eine rationale Entscheidung. Aber dadurch, dass die Kurzarbeit so lange lief, sind ohnehin dann irgendwann Leute gegangen, weil das ist bei uns auf die Motivation gegangen. Die Leute haben logischerweise trotz der staatlichen Hilfe weniger Geld verdient und das ist auf die Motivation gegangen. Parallel haben wir dann auch noch Verträge auslaufen lassen. Wir haben bei manchen Leuten so ein bisschen an der Arbeitszeit gekürzt, weil wir das Produktionsvolumen ja auch herangeschraubt haben und hatten. Das haben wir ja bereits auch mal der Community kommuniziert, auch einige ganz wenige Kündigungen dabei, aber insgesamt gesehen sind wir da noch relativ gut durchgekommen. Und deswegen bin ich auch halt froh, dass wir seit dem 1.1. Haus sind auf der kurzen Wahl. Und das spürt man auch. Ich glaube auch, dass man es spürt. Deswegen lasst uns gerne die Vergangenheit, diese düstere, die wirklich auf so vielen Ebenen für alle, euch, das Team und überhaupt natürlich echt anspruchsvoll war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Lass uns ein bisschen in die Gegenwart schauen, ein bisschen gucken, wie es denn so aktuell aussieht. grob gesagt, wir sind noch nicht über dem Berg. Also da ist noch ein weites Stück zu gehen, ist noch lang keine Möglichkeit, sich zurückzulehnen oder zu entspannen, sondern wir haben ein gutes Quartal 1 hingelegt, sind dort auch in den Planzahlen, und das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, Q1 ist meistens das Umsatzschwächste und Low-Performance Quartal im Jahr. So haben wir es aber auch schon geplant, dieses Jahr, und wir sind jetzt in den ersten drei Monaten jeweils immer ein bisschen besser als in unserer Planung gewesen. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr schon eine deutliche Verbesserung, weil da waren wir weit drunter und sind eigentlich das ganze Jahr nur hinterhergerannt, um das reinzuholen. Ne, vor zwei Jahren nicht, also 2022 nicht, da ging es einigermaßen. Bis zu Campation, genau. Genau, bis zu Campation, aber 2023 war es so, dass wir eigentlich das ganze Jahr nur hinterhergerannt sind, aber da denke ich eigentlich, dass wir nach zwei Jahren reagieren, endlich wieder ins Agieren kommen. Und das haben wir uns auch ganz bewusst im letzten Quartal vorgenommen, das heißt, wir müssen raus aus diesem Firefighting. Also du hast es dann ja strategisch nicht in der Hand, sondern wir haben eigentlich nur reagiert. Und jetzt im 2024 haben wir bis jetzt nur agiert und das haben wir auch vor, weiterzumachen. Aber ob wir durch sind, kann ich noch nicht sagen. Also das wird nach wie vor herausfordernd. Wie ist denn dein Blick so auf die kreative Situation? Wir leben von Content, wir leben von Ideen, wir wollen innovativ sein, wir wollen, dass die Leute Spaß haben mit unserem Content. Hast du den? Ja, ich finde gut. Also ich finde, ich finde gut, ich finde, man merkt das, dass wir aus der Kurzarbeit daraus sind, dass die Stimmung da ist und du brauchst für kreatives Schaffen, brauchst du ein Umfeld zur Entfaltung, damit du die Kreativität entfalten kannst, damit du Spaß dabei hast. LeGarjan schreibt, ich muss sagen, seitdem ihr Bohnen, die Einzelstreams hier auf Twitch habt, bin ich voll raus aus dem RBTV-Kosmos. Das ist etwas, das ich sehr häufig tatsächlich lese und ich verstehe es nicht so ganz, ehrlich gesagt, woran das liegt, aber ich muss es natürlich ernst nehmen, weil es so oft gesagt wird. Ich würde es gerne besser nachvollziehen können, warum, inwiefern die Einzelstreams den Spaß an Rocket Beans nehmen. Das verstehe ich nicht so ganz, weil ich sehe das eigentlich eher als ein Bonus, es gibt mehr von uns als weniger. Denke, weil nicht 24-7 mehr läuft. Ja, aber das haben wir halt ja an den Hand der Zahlen festgestellt, dass so viele Leute nicht 24-7 geguckt haben. Das ist, glaube ich, eher so ein gefühltes Ding, weil ihr in der Masse untergeht bei Twitch. Aber wir sind ja nicht nur bei Twitch. Es gibt ja trotzdem noch die großen Formate, die es auch früher alle gab. Mit Ausnahme vielleicht von Moin Moin, aber ich weigere mich jetzt mal zu behaupten, dass Moin Moin der einzige Grund ist, weil die Zahlen bei Moin Moin gingen radikal nach unten. Man bekommt jetzt halt nicht mehr gebündelt den Content, sondern man muss sich entscheiden, was man gucken will und manchmal auch mehrere Leute. Aber wer, also, früher gab es doch, das ist halt auch so was, das ist doch auch irgendwie ein Widerspruch. Ich meine, wenn wir jeden Tag, als der Live-Sender war, gab es sechs bis sieben Stunden lang neue Produktionen jeden Tag, die konnte man früher auch nicht alle gucken. Früher hat man auch sehr selektiert geguckt, welche Formate gefallen mir, welche interessieren mich, welche Leute gucke ich, welche nicht. Also, die Einzelstreams sind ja noch ein Zusatzangebot. die nehmen einem ja nichts weg. Früher war RBTV zentrale Anlaufstelle für Content. Heute muss man sich mühsam zusammensuchen, was man überhaupt sehen will. Naja, früher hast du RBTV-Abonnierten in deiner Abobox die neuen Formate gehabt, so wie jetzt auch. Ja. Ich glaube, die meisten von uns haben es ähnlich wie Big Brother geschaut. Alle waren zusammen und jetzt sind es viele einzeln. Ja, aber die Zahlen haben halt, also, das ist halt so komisch, weil alle sagen, also es ist immer so, wenn man, wie soll man sagen, die, wenn, wenn, wenn es wirklich repräsentativ wäre, was ihr sagt, dann wären die Zahlen des Live-Senders ja gigantisch gewesen. Aber die Zahlen waren nicht so, die Zahlen haben das nicht hergegeben, die Zahlen gingen rapide runter. Alle Live-Sendungen sind immer weiter runtergegangen. Bis zu dem Punkt, wo man dann irgendwann gesagt hat, das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, diese Live-Komponente machen zwei oder drei oder vier oder fünf Prozent von den Gesamtviews nur noch aus. Ich glaube, dass das sehr stark subjektives Empfinden ist oder dass das so ein gefühltes Ding ist, was sich aber nicht rational irgendwie so ganz belegen lässt. Also, wie gesagt, ein Kino Plus, ein Bundesliga, ein Chat-Duell, was auch immer, you name it, welche Formate auch immer es sind, du bist. Die gab es alle früher auch und die meisten, und die meisten Klicks davon waren Leute, die, die nicht live geguckt haben. Das ist einfach ein Fakt. Quannum, vielen Dank für die zehn Abos. Ich verstehe, dass dieser Live-Sender als Grundrauschen irgendwie fehlt, so als Gefühl, aber wirtschaftlich gesehen und auch von den Zahlen her, es ist nicht so, dass vor der Umstellung irgendwie viele Leute uns live geguckt haben. Das ist einfach ein Irrglaube. Rudinov sagt, ich vermisse den Sender 0, aber den Content, welchen Content vermisst du denn? Früher habe ich Twitch oder YouTube geöffnet, auf einem Bildschirm lief immer rbtv. Jetzt mache ich Twitch auf und suche mir irgendwas aus. Und ein anderer Faktor, ähm, erst mal, hier gibt es die Option, wieder einen Live-Sender zu erstellen, der nur Sendung aus der Dose bringt, aber dafür kuriert. Kuratiert, meinst du, ne? Ja, also zum einen, auf Waipu und Satu läuft ja immer noch der 24-Stunden-Sender. Da ist genau das, was du gerade sagst, passiert da, Milexu. Ich habe diese Frage tatsächlich intern auch schon mal gestellt und das müsste Max beantworten, aber irgendwie haben die gemeint, das macht keinen Sinn, weil die Zahlen zu gering sind, als dass das den Aufwand lohnt oder so. Aber, ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant, was ihr schreibt. Und ich habe es ja, und ich habe es ja, wie gesagt, auch, ähm, schon häufiger gelesen. Dann darf aber eine Sache natürlich auch nicht vergessen. Ähm, es war ja nicht nur eine Entscheidung aus wirtschaftlicher, beziehungsweise aus Zahlensicht, sondern es war auch eine, ähm, eine Entscheidung aus, aus einer Realität heraus. also, äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, Budi, der, ähm, off-air gegangen ist, aufgrund von, äh, seinen privaten Themen, die er hatte. Ähm, wir hatten einen Simon, der aus privaten Gründen nach Berlin ziehen wollte. Und das war dann schon eine Schieflage. So, was, ne? Also es war, da war dann schon einfach plötzlich, ähm, das hat einfach eine Veränderung mit sich gebracht, wo du gemerkt hast, ja, okay, also, man kann das gar nicht mehr so aufrechthalten. Wie gesagt, dann, was ich auch vorhin gesagt habe, mit Pandemie und, und, und privaten Themen. Nils hat ein Kind gekriegt, ich hab zwei Kinder gehabt, es haben sich auch einfach privat und, ähm, Sachen so verändert, dass man auch, wir sind älter geworden, ähm, man konnte irgendwann nicht mehr, nicht mehr das leisten, was man vielleicht mal losgetreten hat. So, du hast irgendwann mal in der, aus der Euphorie hast du was losgestartet und irgendwann hast du gemerkt, so, du kannst das nicht zehn Jahre oder 15 oder 20 Jahre lang so durchhalten, das geht einfach nicht, es, es, äh, funktioniert nicht, es ist, wir werden alle wahnsinnig, wir mussten irgendwas ändern. also, es war auch eine, ein Faktor, der da mit reingespielt hat, das war nicht der einzige Faktor, es sind immer mehrere Faktoren, wie Arno auch gesagt hat, Entlastung des Teams, dies, das, ähm, es ist eine, eine große Anzahl an Themen, ich verstehe aber jeden, der sagt, er vermisst den Sender, manchmal vermisse ich den Sender auch, trotzdem ist es auch ein Stück weit eine, ähm, hat sich, ist es, ist es eine gefühlte Wahrheit. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn, ähm, Leute sagen, äh, ja, Rocket Beans ist nicht mehr das Gleiche oder, oder so, weil, das wird natürlich der Sache nicht gerecht, weil wir halt immer noch mit der gleichen Leidenschaft und mit Herz und Seele, ähm, Sendungen produzieren, wie wir es schon immer gemacht haben. und weder wird das dem Team hinter der Kamera, äh, gerecht, noch dem Team on Air, die nach wie vor versuchen, ähm, coole Inhalte zu machen und ich auch finde, dass coole Inhalte gemacht werden, also, egal, ob das die, äh, Pen and Papers sind oder, ähm, jetzt mit, äh, neuesten, ähm, Beans Home oder die vielen anderen Sachen, die wir machen, ähm, das finde ich dann so ein bisschen schade, weil das klingt dann so, als ob man sich das auch so einredet, ah, Rocket Beans ist nicht mehr das Gleiche und die machen das nicht mehr so wie früher oder so, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn man generell den Sender in dem Sinne vermisst, wie er mal war. Ja, wir schauen mal, wir schauen mal weiter. Ich habe das Gefühl, dass es geht in die richtige Richtung, ich finde, ähm, ähm, RBTV Home echt cool, wie sich das die in den ersten Wochen entwickelt hat, ähm, ähm, die Gesellschafter haben sich, Mitgesellschafter haben sich auch committed für Rocket Beans, ich habe das Gefühl, dass bei den Mitarbeitenden, das irgendwie da ist, ich meine, wir haben hier die letzte Woche, ähm, Ede sein erstes Tattoo designt und auch gestochen, das muss man sich erstmal vorstellen und, ähm, war glaube ich auch ziemlich aufgeregt, aber er hat es seriös genommen, also das ist schön, dass dieses Commitment da auch da ist und ich finde, das spürt man schon, ähm, was natürlich auch krass war, waren die ganzen Abgänge, ne, also Lars zum NDR, Andreas zum NDR, dann sind auch ein paar andere auch zum NDR, aber wie auch immer, das ist ja auch was, wo man auch mal frustriert sein kann, aber nee, das ist so ein bisschen, wir sind halt auch eine Talentschmiede, eine Kaderschmiede, das ist was, worauf man stolz sein kann und wir waren neulich, ähm, ich finde das total schön, dass wir sagen immer, die Tür bleibt auf und so weiter, ähm, Lars moderiert noch verflixte Klicks und füpfige Ziffern, ähm, ähm, Michael, Anja und ich waren neulich beim NDR bei der Programmdirektion und haben da ein paar Formate gepitcht für die Auftragsproduktion, haben uns vorher aber schon mit, mit Andreas connectet, haben den nachher auf einen Kaffee in der Redaktion getroffen, die ganze Redaktion wurde uns vorgestellt, es war total freundschaftlich und nett, es war total schön, Andreas links wiederzusehen, ähm, ich glaube ein oder zwei Wochen später hat er das Kneipenquiz moderiert, Lisa war beim Kneipenquiz, ähm, zu Gast, die ja bei uns im Sea-Level auch maßgeblich die Firma mitgestaltet hat und es sind auch großartige Leute nachgerückt, ey, wenn du Johanna anguckst, was sie für einen Job leistet, die in Andreas Fußschöpfen, ähm, getreten ist und die das wirklich ganz großartig macht, finde ich, Ben hat ja jetzt ja so seine Aufgaben, dass er dieses ganze, äh, da kommen wir später auch nochmal zu, ähm, das ganze Branding, ähm, neu designt. Wir haben einen so breiten Stamm an Menschen, mit denen wir arbeiten können und diese ganzen flexiblen Modelle, wo wir früher immer so ein bisschen dachten, nee, nee, alle sind hier, alle müssen hier sein und überhaupt, ähm, da auch selber zu merken, jo, so begegnet man sich freudestrahlend, motiviert da wieder, wo es einen totalen Sinn ergibt für alle und damit können wir unseren Content echt auch flexibel gestalten, diese Leute weiterhin zu haben, es ist schön, es freut mich sehr, macht wirklich viel Freude. Also die Stimmung ist soweit gut, Heiko, aber ich sehe schon, dir, äh, liegt noch ein bisschen was auf der Seele, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, ähm, ist nicht so schönes Thema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist der Hate, oder um jetzt nicht mal einen Anglizismus zu nehmen, der Hass, der Janina in den letzten Monaten entgegengeschlagen ist, wirklich nahegegangen. Also, ähm, ich persönlich finde es völlig okay, wenn es kritische Kommentare gibt und nicht jeder, der kritische Kommentare abgibt, ist ein Hater, weil es kann auch Leuten aus guten Gründen mal etwas nicht gefallen. Aber wenn es wie bei Janina einfach wahnsinnig unter die Gürtellinie geht und den Bereich des Sachlichen komplett verlässt, dann finde ich das streckenweise wirklich ekelhaft. Ich möchte mich wirklich auch an dieser Stelle nochmal gegen jegliche Formen von Diskriminierung oder Rassismus aussprechen, sei es jetzt wie bei Janina, wo es um ihre Frisur geht, als Frau mit kurzen Haaren, um überhaupt das Geschlecht, oder halt in anderen Fällen in der Gesellschaft, wo es um eine Religion geht, eine sexuelle Orientierung, etc. So was hat bei Rocket Beans keinen Platz und soll auch in Zukunft keinen Platz haben. Ich muss aber dann in Diebenzahnbank nochmal HateAid erwähnen. Das ist ein Verein, der sich gerade um Hass im Netz auch kümmert, also wirklich ein Bereich, der ja immer größer wird, der staatlich bei diesen ganzen Hilfsinstitutionen aber noch so ein bisschen durchs Raster fällt. Und wir arbeiten mit HateAid sehr gut zusammen, nicht nur im Falle von Janina, sondern tatsächlich auch schon in anderen Fällen. Also liebe Grüße und vielen Dank. Ja, aber das ist, es gab es halt auch vorher, ich will jetzt nicht irgendwie alte Wäsche waschen und die Gründe und Personen, wieso irgendwie es mal Ärger gibt und wieso Leute beleidigt werden, sind ganz unterschiedlich. Auch du hast ja mal dein Fett wegbekommen, sicherlich das eine oder andere Mal. So, aber wie gesagt, bei Janina ist eine Grenze eindeutig überschritten und ich wollte es eigentlich schon früher tun, aber jetzt ist endlich mal die Möglichkeit zu sagen, irgendwie fuck you. Gut gesagt. Ja, also da muss man jetzt auch nicht noch viel finde ich dazu sagen, das ist eigentlich normal, also es ja, ich sage ja auch immer einerseits, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der ich will das damit nicht rechtfertigen, ne, ich bin genau der gleichen Meinung, dass ich Hater scheiße finde und Beleidigung. nur es ist einfach die Realität. Das muss man einfach wissen, das muss man einfach checken. So traurig es ist, so hart es ist, so scheiße es ist, aber es ist eine Realität, mit der man heute scheinbar, so ist es, leben muss. weil du es nicht hundertprozentig verhindern kannst. Du kannst es nicht hundertprozentig verhindern. Du kannst heutzutage relativ einfach anonym alles ins Netz hauen, was du willst. Und manche machen es aus Spaß, manche machen es aus Bosheit, aus Langeweile, aus Frust, was auch immer die Motivation letztendlich ist, um andere Leute online zu dissen oder fertig zu machen. Es ist nichts anderes, als dass es auch schon in der Schule die Bullies gab, die andere fertig gemacht haben oder verarscht haben. Das ist irgendwas scheinbar in uns Menschen drinnen und ich glaube, man wird es nie ganz aufhalten können, gerade nicht in der Anonymität des Internets. Natürlich finde ich es scheiße und es tut mir auch leid und trotzdem muss sich jeder bewusst sein und ich sage das auch immer den Leuten, die bei uns on air sind oder so, dass das passieren kann. Dass das ein Teil des Jobs ist. Normalerweise wird man deshalb sehr gut entlohnt, bei uns nicht, deshalb tut mir das auch dann so leid, weil normalerweise sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, also Berühmtheiten, Celebrities oder was auch immer, haben dann zumindest als Kompensation viel Geld und können sich irgendwie abschirmen oder irgendwie was weiß ich, in ihre Kreise auf ihre Yacht zurückziehen. Dafür geben sie ihr komplettes Privatleben her oder leben in der Öffentlichkeit oder so. Bei unserem Level an Bekanntheit und Einkommen ist es dann halt so, dass du Worst of Both Worlds hast. Also du lebst dann, weiß ich nicht, in einer Einzimmerwohnung, gehst trotzdem einkaufen, gehst in die Öffentlichkeit, aber wirst auch gleichzeitig beschimpft. Du hast keine Bodyguards, du hast niemanden, der dich abschirmt, du hast niemanden, am Ende nicht den geilen Kontoauszug, der dir sagt, naja, das ist es wenigstens wert oder so. Also insofern, ja, ist das eine Realität, mit der man eben leben muss. Trotzdem ist es etwas und ich spreche da aus eigener Erfahrung, obwohl ich das schon 25 Jahre mache, ich würde nicht sagen, dass ich krass darunter leide, aber es ist etwas, das auf jeden Fall meine Stimmung beeinflussen kann. die dann irgendwo anders eben wieder rausgeht. So, also ein Grund, warum ich unter anderem weniger bei Kino Plus bin, ist, weil mich das Gehate um meine Person bei Kino Plus so sehr genervt hat, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, mich in eine Sendung zu setzen und danach lese ich die Comments und die Hälfte der Comments geht darüber, was für ein ahnungsloses, uninteressant, gelangweiltes Arschloch ich bin. Wo ich mir dann gesagt habe, gut, also offensichtlich, wenn so wenig Interesse ist an meiner Person und die Leute so ein Problem mit mir haben, dann will ich dieses Format auch nicht weiter mit meiner Anwesenheit belästigen. Und ja, das ist dann, irgendwann haben es dann die Hater tatsächlich geschafft, dass man sich in irgendeine Richtung bewegt. Das ist dann zwar schade, dass man dann den Lauten, die vielleicht auch oft in der Minderheit ist, diese Macht gibt, aber das ist einfach auch eine Frage von Selbstschutz. Es ist einfach eine Frage von Selbstschutz und auch von einem Selbstwertgefühl, das man sich bewahren möchte. Und ja, manchmal kann man das machen, manchmal kann man das nicht, manchmal hat man nicht den Luxus, aber auch im Fall von Janina hat das, glaube ich, ihre berufliche Entwicklung, müsste sie mir jetzt was dazu sagen, ich weiß es jetzt nicht, ich habe nicht so ausführlich da mit ihr drüber gesprochen, aber so wie ich sie einschätze, glaube ich schon, dass das auch ihre berufliche Interessen und Entwicklung auf jeden Fall beeinflusst hat. Was schade ist, weil Janina ist sicherlich eine Person, die polarisiert durch ihr Auftreten, durch ihre Art, aber was ich an Janina sehr schätze, ist, dass sie eine echte Type ist und die ihren Weg geht und macht, obwohl es viel leichter wäre, sich dem Druck der Massen oder der Öffentlichkeit zu beugen und ich habe höchsten Respekt davor, wenn jemand sagt, nö, ich bin so und ich möchte das so, ich mache, ich gehe meinen Weg, so wie ich das für richtig halte und das bedarf einer sehr starken Persönlichkeit, erst recht, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und so herangenommen wirst und so beschimpft und beleidigt wirst, du musst eine sehr starke Persönlichkeit haben und um um das einigermaßen zu durchstehen. Das heißt nicht, dass jeder sie mögen muss oder dass jeder alles von ihr abfeiern muss oder so, aber ich sehe da auf jeden Fall und das war immer schon etwas, was ich cool finde, wenn ich Leute, ich habe da so ganz feine Antennen, sage ich mal, wenn ich wenn ich jemanden erkenne, der fake ist oder wenn ich jemanden erkenne, wo ich das Gefühl habe, da ist eine echte Persönlichkeit dahinter, da steckt jemand dahinter irgendwie und das das finde ich bei Janina ist auf jeden Fall bei ihr so, dass sie dass sie eine starke Persönlichkeit ist und das schätze ich sehr und ja, ansonsten weiß ich nicht, was man noch groß dazu sagen soll, wenn Leute einfach nur haten, des Hates wegen beleidigen unsachlich sind, einfach nur dissen wollen oder so, das sagt ja eigentlich mehr über diese Leute aus, weil ich denke mir dann immer so, wenn jemand wirklich zufrieden ist mit seinem Leben, wenn jemand wirklich in sich ruht, in seiner Welt, in seiner Person, in seinem was auch immer, ich kenne wenig Leute, ich kenne wenig erfolgreiche Menschen, wenige Leute, zu denen, die ich respektiere, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die gesunde Persönlichkeiten Persönlichkeiten haben, die sich sagen, so heute gehe ich mal in den YouTube-Kommentar und lässt er mal über die Haare oder die Tattoos oder die, was auch immer das Aussehen von einer Streamerin, da kenne ich einfach nicht so viele, das ist schon eine besondere, das muss schon ein besonderer Schlag von Menschen sein, die das machen, eigentlich bemitleidenswert, eigentlich traurig, weil diese Menschen sind eigentlich, die sind nicht happy, die sind nicht glücklich, die sind nicht da, wo sie gerne wären. Das ist einfach die Wahrheit, es gibt, das ist ganz logisch, das ist ganz logisch, jemand der, das lernt man schon in der Schule, dass die Leute, die lästern, sind meistens nicht die Leute, die wirklich zufrieden sind. Das ist ein schwacher Trost, weil sie natürlich trotzdem weitermachen werden, weil sie auch nicht anders können, aber das kann man sich zumindest immer selber auch nochmal klar machen. Trotzdem ist es einfach scheiße. Es ist schade, dass es so ist. Es ist schade, dass es so ist und das heißt nicht, dass niemand Kritik äußern kann. Ich sag das ja auch immer wieder und ich muss ja fast am Tag, weiß ich nicht, blocke ich 20 Leute auf Twitter oder so oder hier in Twitch oder YouTube. Die Leute glauben gar nicht, wie schnell ihr, also so Leute aus meinem Gedächtnis, also ich, das ist für mich ein Mausklick und die Existenz dieser Menschen ist nicht mehr gegeben. so. Schade, dass es sein muss, weil aus irgendeinem Grund sind die Leute ja da. Ne, also oft werden ja Lover zu Hatern. Das liegt ja, Liebe und Hass liegen ja ganz eng beieinander und oft sind es ja Leute, die aus irgendeinem Grund auch in irgendeiner Form eine starke Identifikation vielleicht mit Rocket Beans oder mit den Personen haben und sich dann enttäuscht von denen abwenden. Also oft sind das, es sind ja nicht einfach random Leute, es kommt ja nicht irgendein BMX-Fan random in den Let's Play von Janina und beleidigt die. da kreuzen sich ja nicht die Wege so, sondern es sind ja eher schon Leute, die aus dem Kosmos entstammen. Also, insofern ist das eigentlich schade für alle Beteiligten. Aber, ja, ich bin auch zu sehr Pessimist oder Realist, wie man es nimmt, um da an eine wirkliche Veränderung zu glauben. Ich habe mich da dran gewöhnt mittlerweile, dass es einfach so gibt, dass es einfach einen Prozentteil an Idioten gibt, mit denen ich dealen muss. Ich sehe das als einen Teil meines Jobs einfach an. So, ah, heute ist wieder, da ist wieder einer, der glaubt, ich räume mich jetzt in den Schlaf, weil er irgendwann irgendeine Scheiße da ins Internet schreibt. und weiter geht's. Also, es ist einfach Part des Jobs, so traurig das ist. Wir machen mal weiter. Da ist das. Und du hast gerade schon, es soll auch künftig keinen Platz haben. Jetzt wird es ein bisschen Zeit, mal in die Zukunft zu gucken. Zukunft ist natürlich ein weites Feld, ganz, ganz viele Möglichkeiten, hat sehr, sehr viele Aspekte. Wir wollen ein bisschen beleuchten, was so die Pläne sind und verschiedenen Sachen, die wir für spannend erachten. Heiko, wie geht's denn weiter? Also, wir haben ja vorhin über die Sender-Abschaltung gesprochen. Wir sagen es immer, Umstellung, weil es gibt ja immer noch einen Stream, den die Leute sich anschauen können. Den 24-Stunden-Sender gibt es in dem Sinne ja auch noch. Also, sowohl auf Satu, wo wir einen Reiter bei uns auf der Webseite haben und mit einem Klick, ohne sich anzumelden, umsonst 24 Stunden sich berieseln lassen kann. Und genauso mit unserer Kooperation mit Waipu. Und da muss man mal sagen, da laufen die Donnerstag-Live-Items, da laufen die Freitag-Live-Items, da laufen alle frischen VODs, werden dort auch hochgeladen und der Rest wird drumherum koratiert. Deswegen, wer Bock hat, sich berieseln zu lassen, einfach bei uns oben auf den Reiter klicken, Live-TV oder Waipu oder Satu einschalten. Ja, aber nochmal zurück. Es ist ja nicht so, dass uns das überrascht hat. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, oh, der Sender ist aus, bis jetzt plötzlich irgendwie der Puls hört auf. Wir wussten es ja tatsächlich vorher. Wir wussten, das ist eine Identitätskrise. Und zwar für alle Bereiche. Für die Community selber fehlt halt dieses ganz klar Greifbare, weil obwohl es nicht mehr jeder geguckt hat am Ende, weitaus nicht mehr jeder, wie du schon vorhin schon sagtest, es war trotzdem wichtig, man konnte es immer gucken, wenn man dann hätte wollen. Aber auch für unsere Kunden, aber auch für euch, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist einfach irgendwie, also die Frage, wer sind wir eigentlich, ist viel schwieriger zu beantworten. Und wir sind da so ein bisschen in der Identitätskrise gewesen. Wir haben auch mehr Geschäftsbereiche denn je, aber irgendwie nicht klar herausgearbeitet bisher, wie die einzelnen Geschäftsbereiche separat auftreten oder was sie leisten können. Um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, wir haben irgendwas, was hat alles den Namen Rocket Beans TV? Unsere Mutterfirma heißt irgendwie Rocket Beans Entertainment GmbH, es gibt Rocket Beans TV für unsere eigene Kanäle, es gibt das Rocket Beans Artist Management, es gibt Rocket Beans Productions, es gibt eine Rocket Beans TV Webseite, es gibt Rocket Beans.de. Und obwohl es so viele Rocket Beans gibt, war im Endeffekt, wenn man irgendwann alles ist und da gemischt war im Laden, ist man im Endeffekt nachher gar nichts mehr. Und dem wollen wir mittlerweile Rechnung tragen. Und wir haben das ja bereits Anfang des Jahres in dem State of the Union Text von Sam bereits angekündigt, dass wir die vereinzelten Bereiche rebranden, das ist jetzt immer so ein Buzzword, Branding und so weiter, was wir damit meinen, ist, dass vor allen Dingen Rocket Beans TV nur Rocket Beans TV sein soll, weil alles andere werden wir umbenennen. Also die Kombination aus Rakete und Bohnen, die wird nur für unsere eigenen Inhalte, unsere eigenen Live-Sendungen, unsere eigenen BODs gelten. Und die Mutterfirma wird umbenannt in Beans Entertainment, unser Artist Management ist umbenannt worden in Astronauts, sieht man auch schon, wir bleiben so in dem Weltraumkosmos, weil es soll natürlich trotzdem noch so eine Familie sein. Und ich kann es hier tatsächlich announcen, unsere Produktionsfirma wird MidFlight heißen. Und MidFlight ist auch wieder so ein Flugname, so ein Weltraumname. Wir fanden den ganz sexy und catchy, weil er auch ein bisschen unprätentiös ist und so das trifft, was wir machen wollen, weil die Rakete fliegt ja. Und im Flug gründen wir sozusagen diesen Bereich halt. Ja, damit haben wir tatsächlich so einen Blumenstrauß an verschiedenen Bereichen. Und es ist einfach hoffentlich dadurch auch klarer, was wir leisten können. Weil, das habe ich jetzt nicht gesagt, auch in der Community immer mehr Fragen aufkamen. Wir hatten es ja vorhin schon so, wo manchmal gar nicht klar ist, ist der jetzt eigentlich noch bei uns, ist der Vorderkammer und so weiter. Das ist zum Beispiel das Artist Management. Was sage ich zu den Namen? Also Astronauts finde ich sehr cool irgendwie. Ich bin immer so hin und her gerissen, ist es gut, dass es so englisch klingt ist oder sollte man eher so eine Bild- und Tonfabrik oder sowas eher auf deutsche Namen gehen. Aber da Rocket Beans ja auch schon englisch ist oder Rocket Beans Entertainment, finde ich es okay. Also Astronauts gefällt mir für die Management-Unit. Mit Flight muss ich mich noch dran gewöhnen. So, Mit Flight ist irgendwie so, ich finde es zwar irgendwie ein interessantes Wort, sowohl zum Sehen als auch zum Aussprechen, Mit Flight, aber ist noch bei mir noch nicht so, äh, resoniert noch nicht so bei mir mit Flight. Es kann aber noch kommen. Also das ist ja auch oft Gewöhnungssache einfach, muss man ganz klar sagen. Als wir Game 2 gemacht haben, hätte ich niemals, da dachte ich erst so, Game 2, das klingt falsch. Das klingt einfach so komisch. Das, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Heutzutage ist Game 2 für mich einfach so komplett, als ob es nie anders gewesen wäre. Ähm, also es kann sein, dass sich das auch noch ändert, nur, äh, Mit Flight. Ich, meine, ich bin halt auch jemand, der nicht gerne fliegt. Das kommt halt wahrscheinlich auch noch dazu. Für mich ist die Assoziation Mit Flight halt erst mal, ich sitze im Flugzeug und bete, dass ich lande. So, das ist immer meine, ist meine erste Assoziation irgendwie. Aber, ähm, es passt in diesen Kontext, in diesen Weltraumkontext und dieses, ähm, ja, die Idee, die dahinter steckt, so, dass man sich so mitten auf der Reise befindet und so, finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ja, so. Aber es ist jetzt tatsächlich kein großes Thema in meinem Kopf. A.K.A. Astronauts. Da haben uns Leute auch gefragt, ach ja, Soon, Hazel, äh, die sind jetzt ja bei Rocket Beans, wieso tauchen die nicht die ganze Zeit bei RBTV Home auf? Ach nee, die sind bei Rocket Beans, ja, aber die sind im Artist Management und nicht da. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir mussten das alles, ähm, streamlinen. Ich kann schon sagen, dass jetzt nach... Die Mods heißen ab sofort auch Stewards, ja. Ach, der tollen Astronauts-Webseite als nächstes mit Flight dran ist und auch die Dachmarke sozusagen und Ben beabsichtigt, das Ganze Mitte Oktober, Anfang November alles in Form gebracht zu haben. Nein, das war super. Ich sage auch mit Flight, ich habe gerade auch mal so in mich reingehorcht und dachte so, ja, ist es ja eigentlich ein total wünschenswerter Zustand, dass man sich einfach ganz entspannt im Entertainment vielleicht auch mal ein kleines Schlimmerchen hingeben muss, ohne Sorge zu haben, was tun soll. Ich meine aber mit Flight, ähm, ist auch, wenn die Rakete im Weltraum ist oder der Flugkörper im Weltraum ist, dass du dann während des Mid-Flights aussteigst und was reparierst und irgendwelche Arbeiten tätigst. Ähm, also es ist nicht nur Entspannung, sondern es ist auch Action. Ja, aber es ist schön, es ist nie das Ziel und es ist nie der Start, sondern es ist immer dieser, möge dieser Mid-Flight möglichst lange andauern, genau. Aber diese Gestaltung des Prozesses hat eigentlich tatsächlich richtig Spaß gemacht, weil man einfach gemerkt hat, dass es wirklich Sinn ergibt, diese Geschäftsbereiche aufzuteilen, die jetzt Schritt für Schritt auch ihre eigene Visionen erarbeiten und entwickeln können, die ja eine eigene Aufgabenfelder haben, was Mid-Flight-Productions, äh, astronautes und so weiter anbelangt. Das fühlt sich richtig an und wenn man es visualisiert, merkt man auf einmal, okay, alles klar, das sind wirkliche Identitäten, die dort entstehen und, ähm, über allem ist die Mutter Beans Entertainment. Ja, ja, und wir kennen es ja auch alle aus der Praxis, das ist ja alles so Stück für Stück gewachsen, dann kommt da was dazu und dort was dazu und man selber ist ja dann auch irgendwann so betriebsblind, und man stellt diese Differenzierungsfragen gar nicht mehr. Intern ist einem total klar, was, was, was das Artist-Management ist und was RBTV ist, aber ja klar, ich meine, auch ich werde in meiner, in meiner täglichen Arbeit ja auch immer damit konfrontiert, dass beispielsweise Publisher gar nicht so genau wissen, für wen stelle ich jetzt die Anfrage für ein, für ein Pressemuster für die Arbeit, ist das für Rocket Beans oder für jemanden von Artist-Management und da muss man irgendwann eben sich mal eingeschrieben, deswegen finde ich es auch gut, dass wir dieses Jahr diesen, diesen Schritt dann wagen, zu sagen, das müssen wir auch nach außen hin, viel, viel klarer differenzieren und trotzdem bleibt es alles so ein bisschen schön in diesem galaktischen Wording, möchte ich mal so sagen. Ja, das sind nicht nur neue Klamotten, sondern es ist tatsächlich wirklich eine Differenzierung möglich, auch in der Identität, die wichtig ist, auch für die Leute, die hier arbeiten, aber halt nach außen hin, so, also das bleibt spannend, würde ich sagen. Spannend bleibt natürlich dann auch jetzt das Zahlenwerk. Arno, du hast es eben schon so an... Schwab fragt, Eddie, hast du bei solchen Entscheidungen überhaupt noch Mitspracherecht? Welche Entscheidung meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Namen oder die Aufteilung oder was genau meinst du? Also ein Mitspracherecht habe ich natürlich immer. Das kann ich schon mal, kann ich schon mal sagen. Aber halt Mitspracherecht, halt nicht alleiniges Entscheidungsrecht. Sonst würde dieser Sender 24 Stunden Edit.tv heißen. Bei den Namen gab es eine Abstimmung, ja. Also wir hatten auf jeden Fall auch ein Vetorecht, aber bei solchen Sachen ich bin, was mein Mitspracherecht angeht, bin ich natürlich immer, man ist da, trotzdem sind wir sehr demokratisch. Nicht in allen Punkten, manchmal gibt es halt wirklich dann auch Ausrichtungssachen, also jetzt zum Beispiel die Senderumstellung oder das mit den Einzelstreams und so, das ging natürlich auch von den Gesellschaftern dann auch aus. Also so die ganz großen, sag ich mal, Visionen oder Entwicklungen, da sprechen wir natürlich dann auch schon mit und entscheiden auch mit. Aber wenn es jetzt darum geht, also jetzt zum Beispiel Ben in seiner neuen Position, auch als derjenige, der so nach all den Jahren, die er jetzt auch schon bei uns ist und so viel Tolles gemacht hat, wenn er, wenn Ben dann präsentiert und seine Gedanken äußert und sagt, und deshalb haben wir hier zum Beispiel das oder das. Natürlich würde ich, wenn es jetzt komplett zum Kotzen fände, würde ich sagen, nee, das finde ich so scheiße, das will ich nicht und dann würde wahrscheinlich das nicht passieren, weil man sich da noch mal zusammensetzt oder so. Aber wenn ich jetzt sage, ja, finde ich jetzt, ist jetzt nicht der geilste Name, aber wenn jetzt hier im Raum zehn Leute sitzen, die alle schon seit zehn, 15 Jahren bei Rockbeats TV sitzen und die finden es alle geil, dann sage ich natürlich nicht, nee, also an mir kommt ihr nicht vorbei. So läuft es ja nicht, sondern dann sage ich natürlich auch, ja, dann, wenn ihr es cool findet, wenn den Namen und ihr glaubt dran, dass das der richtige Name ist, dann do it. So, ne, also, wie soll ich sagen, man stellt sich das immer so vor, ja, es ist ja deine Firma und du kannst ja dann da irgendwie alles entscheiden und machen und in der Theorie ist das vielleicht so, aber in der Realität funktioniert so eine Firma mit so vielen Menschen und Strukturen und Hierarchien und verschiedenen Persönlichkeiten, die ihre Aufgabengebiete haben, da muss man zum einerseits auch Sachen delegieren und du musst auch einfach mal sich selber zurücknehmen. Ich habe ja auch selber irgendwann gesagt, Leute, ich kann nicht mehr jede einzelne Entscheidung mitbestimmen und in jedem Meeting sitzen und mir über alles Gedanken machen, sondern irgendwann bist du ja auch mal froh, du zahlst ja auch Geld, du zahlst ja auch Geld für Führungspersönlichkeiten, du zahlst ja auch Geld für Abteilungsleiter, für ein C-Level oder so, für CEOs, für Manager oder was auch immer, das geht ja alles, am Ende des Tages bezahle ich die Menschen ja auch dafür, dass sie Entscheidungen treffen und Meinungen haben. Was nicht heißt, dass ich sage, nach mir die Sinnflut interessiert mich alles nicht mehr, aber so gewisse Sachen habe ich gelernt zu delegieren und das ist aber auch für uns, sage ich jetzt mal, für uns Gesellschafter, also gerade vor allen Dingen für Budi, Simon, Nils und mich, ist das auch immer noch nach all den Jahren eine, ein Finden für den Sweetspot. also wo, wo, sag ich mal, nutzt du deine Macht und wo nimmst du dich zurück? Und das ist ein ganz kompliziertes Ding, so, da könnte ich eine eigene Sendung oder einen eigenen Stream zu machen, weil es für mich persönlich auch sehr weird manchmal ist, einerseits Kollege zu sein, einerseits Chef oder Firmengründer zu sein oder Gesellschafter, einerseits aber auch ja, einfach aus einer Ecke zu kommen, wo man immer Teil des Teams war. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, also ich habe ja angefangen bei Game One und auch bei Giga und da war ich ja Teil des Teams. Da war ich ja nicht in einer führenden Position, sondern da war ich einfach ein Kreativer, einer, der Quatsch gemacht hat vor der Kamera, der irgendwie Sprüche gekloppt hat, der irgendwie, ne, muss ich ja nicht erklären, so. Und dann gründest du plötzlich die Firma und plötzlich shiftet auch so sozusagen die eigene Wahrnehmung, aber auch wie andere Menschen dich wahrnehmen. Das war am Anfang noch nicht so krass, weil es war die gleiche Crew, so Game One, das waren dann die Leute, mit denen man auf Partys war, mit denen man gesoffen hat, mit denen man irgendwie schweinische Witze hat. Und plötzlich bist du bist du aber irgendwie der Typ, der darüber entscheidet, welches Gehalt die kriegen. Oder ob die eine Gehaltserhöhung kriegen oder ob ein Praktikant übernommen wird oder ein Volontär eine Vertragsverlängerung kriegt oder solche Geschichten. Und plötzlich verändert sich so deine ähm deine Situation innerhalb auch einer einer Firma, die aber immer familiär und freundschaftlich war und plötzlich merkst du so, ähm, die Firma wird immer größer, es kommen auch neue Leute, die dann mit dir nicht so alte Wegbegleiter sind, sondern einfach Leute, die du vielleicht auch gar nicht kennst oder so und die gucken dich ganz anders an. Die wissen, du bist der Firmeninhaber und äh, bist hier das Gesicht des Senders. Die, äh, haben eine unglaubliche Ehrfurcht vor dir und du denkst dir, hä, ich bin nur der gleiche Typ, ich, äh, ich kotze immer noch nach drei Bier in Simons Badewanne, was, warum, warum traust du dich jetzt nicht mit mir, äh, mich anzusprechen oder weiß ich nicht was oder der guckt blöd, wenn ich, äh, was weiß ich, ähm, ne, wenn, wenn ich irgendeinen Joke mache oder irgendwas, äh, Inappropriates sage oder so, ne, wo man sagt, hä, das war doch immer so, aber jetzt bist du plötzlich Chef, jetzt ist es plötzlich, ähm, jetzt musst du dir Gedanken machen, was du sagst, jetzt kann ich nicht einfach jeden Spruch bringen oder so, hab ich direkt einen Shitstorm oder was weiß ich, werd gecancelt oder weiß ich nicht was, ja, ähm, du hast eine ganz andere Verantwortung, die Leute gucken dich anders an, du wirst auch plötzlich, wirst du nicht mehr auf jeden, auf jede Party eingeladen und wenn du auf eine Party eingeladen wirst und dann, äh, ist es komisch, weil du stehst dann da mit sieben Leuten, ähm, die vielleicht gerade über die, äh, über ihre Arbeit lästern wollten, so wie ich früher über die Arbeit gelästert hab, wenn ich, wenn wir auf einer Gigaparty waren, hab ich auch nur gesagt, Alter, die, äh, in der Geschäftsfamilie brauchen ja nur Scheiß und wieso haben die die Kamera gekauft und warum machen Sätze die Sätze und warum krieg ich die, so, und plötzlich bist du auf einer Party und die Leute, äh, nicht alle, aber manche, ne, ändern plötzlich das Gesprächsthema oder so, also das sind so, so Kleinigkeiten, so, über die man sich auch keine Gedanken groß macht, bevor man, äh, bevor man in dieser Situation ist, aber sowas bringt auf jeden Fall eine Veränderung, dann wirst du auch älter, ich bin mittlerweile, äh, 45, als ich angefangen hab, bei, ähm, bei Rocket Beans war ich, äh, 30, gerade 30 geworden, so, ohne Kinder, Frau war sogar noch in, 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 äh, Köln beziehungsweise Düsseldorf, ähm, so, das ist einfach ein komplett anderer, anderer Mensch, andere, alles hat sich verändert, so, in, in, in gewissen Punkten natürlich, ähm, ähm, und, äh, deshalb ist das auch für mich immer noch so ein Punkt, wo ich über, wo ich überlege, so, ähm, also bei mir war es immer so, ich, ich wollte nie als Chef wahrgenommen werden, weil ich, mich, also weil ich zum einen, also ich kann diese Rolle nicht, ich kann, ich kann nicht als Chef, also wirklich als Chef sozusagen, ähm, dann mit den Leuten on air gehen und Spaß haben, so, das ist, funktioniert irgendwie, ich, da ist so ne, so, ich kann nicht einerseits, ähm, on air sozusagen den Colin foppen, irgendwie mir, äh, ihn dissen und er disst mich und wir machen Quatsch und am Ende der Sendung entscheide ich über seine Vertragsverlängerung. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert nicht, so, und, ähm, deshalb mussten von meiner Seite aus irgendwann, ähm, gewisse Entscheidungen von anderen getroffen werden, so, ne, also ich sag mal, ich bin froh, dass ich keine Gehaltsverhandlungen führen muss oder, äh, Einstellungsgespräche oder Kündigungsgespräche oder so, das sind solche, Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun, das funktioniert nicht, deshalb hatten wir das ja auch aufgeteilt, ähm, dass das sowas zum Beispiel dann eher in Arnus Bereich fällt oder so. Ähm, ja, so, natürlich bin ich, de facto ist das meine Firma und, äh, ich will natürlich trotzdem auch Entscheidungen treffen und ich muss auch manchmal Entscheidungen treffen, ähm, da geht es hauptsächlich um die Weichenstellung, nicht um, um das ganz, um die kleinen, kleinen Sachen, sondern eher um die, um die größeren Entscheidungen, klar, wenn wir den, die Firma oder Teile der Firma irgendwie umbenennen oder ein Logo entwerfen oder so, dann sind das natürlich Themen, ähm, wo ich, äh, mich zu äußere und wo ich auch eine Meinung habe und wo ich auch in der Lage bin, die, ähm, ja, umzusetzen oder so und generell versuche ich mich mit meinen Stärken, die ich habe, einzubringen in diese Firma und das sind dann gewisse Gebiete, wo ich mich schon immer betätigt habe hinter den Kulissen ähm, und andere Gebiete, zum Beispiel das meiste, was mit Zahlen zu tun hat, überlasse ich dann, ähm, dann lieber gerne anderen Leuten, aber, ja, it's complicated. Es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall, äh, kompliziert und deshalb macht's auch diesen Job, ähm, Rocket Beans so einzigartig, weil es das, ich kenne halt, und auf der anderen Seite schweißt es deshalb auch zum Beispiel Simon Nils, Budi und mich und auch ein Stück weit Arno zusammen, aber noch mehr, die anderen Jungs, weil die exakt das Gleiche kennen, vom Anforderungsprofil, vom Jobprofil, vom Werdegang, das hast du halt nicht so oft, ne, das sind die einzigen Menschen in meinem Leben, die hundertprozentig nachvollziehen können, womit ich struggle oder nicht, so, auch wenn wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind oder Ansichten haben, aber so, ne, die können das noch viel mehr, meine Frau kann das nicht nachvollziehen, Arno kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, das kann, kaum jemand kann das so richtig nachvollziehen, weil das halt so eine besondere Konstellation ist, die auf so, auf so komische Art und Weise auch gewachsen ist, ähm, weil es gibt's halt auch nicht so oft, dass du, ja, ähm, wobei, das stimmt gar nicht mal, so jetzt, wo so viele Leute streamen, wenn ich jetzt so an Hand of Blood denke oder so, ne, der hat auch seine Firma, ist aber auch Gesicht seiner Firma, ist aber auch on air und, äh, ich hab jetzt mit ihm nicht drüber geredet, würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie er das sieht, ähm, aber ist wahrscheinlich, hat er auch ähnliche Themen, ohne es zu wissen, ähm, wo er sagt, okay, damit will ich nichts, äh, zu tun haben, das muss ich abgeben, weil ich sonst nicht mehr diese Person sein kann, die ihre Kernkompetenz nun mal im, im on air oder im, im Entertainment-Bereich hat, ähm, ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen auf die Frage, ähm, eingehen. Wir gucken mal weiter. Wie er deutet, Umsätze in diesem Jahr, wie sieht's denn da so aus? Also wir haben, äh, vor Jahren, die Jahresplanung immer so gemacht, dass wir geguckt haben, wie viel Kosten haben wir nächstes Jahr und dann haben wir die Jahresplanung danach ausgerichtet, dass wir etwas mehr reinholen. Und das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil du dich selbst extrem unter Druck setzt, das dann reinzuholen. Und, ähm, das haben wir jetzt schon vor Jahren geändert und, ähm, gehen mit den einzelnen Abenteilungen, Entschuldigung, ganz realistisch durch, was die Umsatzerwartungen ähm, und die Umsatzmöglichkeiten, die man reinholen kann, tatsächlich sind. Das haben wir getan und 2024 planen wir jetzt mit einem Gesamtumsatz von 9,5 Millionen Euro. Alter, das wusste ich selber nicht. Was für eine krasse Zahl das einfach ist, Leute. 9,5 Millionen Umsatz, ist dann natürlich nur Umsatz leider. Ähm, aber umso erstaunlicher ist es, dass ich verdammt nochmal nicht reich bin. Was funktioniert denn da nicht? Das heißt doch, wir müssen doch nur einfach nur 8 Millionen ausgeben und alles wäre geil. Das kann doch nicht so schwer sein. Du bist Millionär. Ich wäre, ich habe euch schon tausendmal gesagt, wenn ich Millionär werde, dann seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Aber wenn Hardref weiter so macht, klappt es vielleicht noch hier. 40 Abos. Alter Hardref. Danke, Mann. Gucken wir mal kurz aufs Ergebnis. Äh, ich will, ich will jetzt hier nicht zu viel Versprechen, aber wir schauen ganz kurz. Ah, noch nicht ganz. Ah, noch nicht ganz. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Verkauf deine Beans-Aktien. Ja, ich habe keine, es gibt keine Beans-Aktien. Ja, auf jeden Fall trotzdem, äh, krasse Zahl. Ich weiß, meine Haut sieht aus wie die von, die einem Millionär, deshalb denken das oft Leute. Ist übrigens auch interessant, ich habe mich das schon oft gefragt, äh, Leute denken natürlich, äh, wenn man eine Firma hat mit so vielen Leuten und so viel Umsatz, dass man, äh, selber auch viel Geld hat, was wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, normal wäre. Also, ich glaube, dass das eigentlich auch sein müsste. Ich glaube, dass, eigentlich wäre diese Annahme korrekt. Ich, wenn man eine Umfrage macht unter Firmenbesitzern, die mehr als 100 Leute haben und einen Umsatz von fast 10 Millionen, dann würde ich behaupten, dass die Firmenbesitzer vermutlich ziemlich reich sind. Ja, zurück zu Rocket Beans. Ähm, ich weiß immer nicht, die Leute, ich glaube, die Leute denken das oft. Ähm, und manchmal weiß ich nicht, sollte man sie das, ist es besser, die Leute das glauben zu lassen oder, oder nicht. Ich kenne auch viele Leute, die Firmen haben, die nicht gut laufen, die aber dauernd erzählen, wie geil ihre Firma ist. Und vielleicht ist das der schlauere Weg. Aber das weiß ich nicht. Ja. Okay, wir gucken mal weiter. Ähm, die setzen sich wie folgt, ähm, zusammen. Und Colin, das würde ich, glaube ich, ähm, stolz machen und auch freuen, denn über 50 Prozent des geplanten Jahresumsatzes macht Rocket Beans TV. Also 5 Millionen Euro ist, rund 5 Millionen Euro ist der geplante Umsatz, ähm, für Rocket Beans TV und den, ähm, erzähle ich später auch nochmal, wie der sich zusammensetzt. das ging mir zu schnell, jetzt habe ich, äh, Warte, was war das für eine Grafik? Was haben wir hier? Okay, 5, RKT BNS, 500.000, das ist nur Umsatz, ne? Ja. MidFlight, das sind die Productions. Da ist aber wahrscheinlich auch dann schon Game 2 mit drinne. Äh, Astronauts und Rocket Beans TV und da ist natürlich auch Supporters Club mit drin. Das geplanten Jahresumsatz macht Rocket Beans TV. Also 5 Millionen Euro ist, rund 5 Millionen Euro ist der geplante Umsatz, ähm, für Rocket Beans TV und den, ähm, erzähle ich später auch nochmal, wie der sich zusammensetzt, also aus welchen Bereichen diese 5 Millionen, wie die zusammenkommen. Und dann kommen mit knapp 40 Prozent auch schon die Auftragsproduktion, also ab Oktober dann MidFlight Productions, jetzt momentan bis dahin noch Rocket Beans Productions. Ähm, das ist natürlich, ähm, Game 2 für ZDF Neo, das ist natürlich jetzt die zweite Staffel Kicker Ansage. Wir produzieren gerade vier, ähm, Doku, also eine vierteilige Doku-Serie für einen öffentlich-echtlichen Sender, welches nicht der ZDF ist, äh, aber wir dürfen noch nicht drüber reden. Wir haben zwei größere Shows, abseits von unserem Content, den wir auf der Gamescom machen, über Productions, ähm, eingetütet, über die darf ich aber auch noch nicht reden oder dürfen wir noch nicht reden und haben noch so ein paar kleinere weitere On-Offs, also das sind auch mit, ich meine, über drei Millionen Euro, ähm, eine absolut relevante Umsatzstärke, Umsatzgröße, ähm, von unseren Gesamtumsätzen. Ja, dann haben wir mit RKT-BNS rund fünf Prozent und das ist auch eine halbe Million Euro, die wir mit umsetzen. Merch, ähm, haben wir ja drüben bei, ähm, den RBTV-Einnahmen abgespeichert, also das haben wir getrennt, ganz bewusst und, ähm, Ah, okay, also das ist ja auch interessant. RKT-BNS ist wirklich nur RKT-BNS, ist nicht RBTV-Merch. Also, RKT-BNS sozusagen das Premium-Label, da sind dann zum Beispiel auch die Budi-Kollektion, die Simon-Kollektion und so weiter, ähm, dabei, aber wenn ihr jetzt irgendwie, äh, Kaffee mit Milf-Shirt bestellt, das würde dann wieder in den Umsatz von Rocket Beans gehen. Dafür finde ich, ist RKT-BNS schon echt eine gute Marke, ähm, die ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft wurde, ne, also. Das Artist-Management inzwischen bei sechs Prozent mit über 500.000 Euro Umsatz, ist es nach wie vor ein strategischer Invest, der im Aufbau ist, Wie viel von dem Senf machen die fünf Millionen aus? Äh, der Senf müsste dann auch bei Rocket Beans TV drin sein, und ich hab keine Ahnung, wie viel Umsatz der Senf gemacht hat. Wirklich, ich nicht mal, ich könnt's dir nicht mal, äh, annähernd sagen. Aber wahrscheinlich so vier bis fünf Millionen. Aber, sind da guter Dinge, und Fabian rockt das Ding wirklich mit Karacho und mit 150 Prozent Einsatz, also, der ist wirklich on fire, und, ähm, wir glauben, dass das Schritt für Schritt, ähm, sich weiterentwickeln wird. Jetzt ist es natürlich total spannend, wie setzen sich diese fünf Millionen Euro. Das finde ich auch interessant. Du weißt es doch, sind alle RBTV Hosts auch im hauseigenen Management? Äh, nee. RBTV, wie wirtschaftet das? Den Löwenanteil holt tatsächlich unsere Salesabteilung rein, und das sind so 1,5 Millionen Euro. Okay, das ist ja mal interessant zu sehen hier. Also, die Hälfte quasi, des Umsatzes setzt sich zusammen aus. Merch, da sind wir jetzt bei der Kaffee mit Milftasse, also auch nochmal so viel, ungefähr wie RKT, BNS. Dann hast du Content Distribution, RBSC, aha, da sieht man es sogar, fast eine Million im Jahr. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Überlegt mal. Aber im Gesamtkontext fast nur dann zehn Prozent, zehn Prozent der Einnahmen, aber natürlich trotzdem, das ist das, was Arno gemeint hat, also vom RBSC alleine könnte man natürlich dann nicht leben, aber trotzdem ist das schon geil, so einen starken Support zu haben. BTV Sales, Event Sales, okay. Euro durch Events und 1,4 Millionen Euro durch Deals mit Samsung, Asus, Fritz Kohler, Warsteiner, etc. pp. Die Events, für ihn haben sie doch erzählt, die Events-Strategie ist gescheitert, wieso sind 1,5 Millionen Euro Events der größte Sales-Anteil, das ist natürlich da wiederum der größte Anteil, den wir bei der Gamescom reinholen. Und ansonsten sind wir da eigentlich auch auf Spur, dass wir das erreichen werden. Dann haben wir logischerweise den Rocket Beans Supporters Club. Und da kommen 900.000 Euro im Jahr rein, also es ist auch fast eine Million, die durch, wo leuchtet das Licht, die durch euch reinkommen. Und dafür echt auch nochmal ein riesen Shoutout, ein riesen Shoutout, dass wir, als wir die Kurzarbeit angekündigt haben im März letzten Jahres, sind die Supporters-Zahlen richtig nach oben geschossen. Also jetzt nicht nach oben geschossen, aber man hat es wirklich spürbar gemerkt, dass es anzieht. Und das war so ein geiles Gefühl, dass da Leute, dass ihr da draußen seid und dass ihr mitfühlt auf Faktik, die straucheln, die kommen ins Wackeln. Obwohl die Leute selber weniger Geld zu bekommen haben. Absolut. Und das hat echt, das hat gut getan, das hat Mut gemacht, dass man weitermacht. Also hier ist die Frage, ich hoffe, warte mal, wo ist es? Wann spricht er über die Ausgaben? Ich raffe nicht ganz, wie bei 9 Millionen Umsatz, nicht viel übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob er noch über die Ausgaben spricht, aber du kannst ja alleine schon mal bei 100 Leuten rechnen. Ich weiß jetzt nicht, was das Durchschnittsgehalt ist, aber Gehälter plus Nebenkosten, also sind vielleicht auch nicht alle festangestellt, aber wenn es 80 sind oder so, plus Nebenkosten, da ist schon mal auf jeden Fall ein fetter Batzen weg. Dann hast du natürlich noch die Miete von drei Häusern und die ganzen Fixkosten. Kasten Wasser, zwei Äpfel jeden Tag, rechne mal aus. Ganze Technikgeschichten, zusätzliche Buchung und so weiter. Also ich weiß nicht genau, wie es alles aufgeschlüsselt ist, aber ja, es ist schon viel, was da leider weggeht. Aber das meiste, aber das ist glaube ich am Ende, wie bei jeder Firma, sind natürlich die Gehaltskosten immer das, was am am meisten nimmt. Einnimmt. Und wenn man sich überlegt, dass fast eine Million Euro im Jahr reinkommen, die wir dann auch wirklich nur für Content ausgeben müssen, weil bei den ganzen Sales-Teams steckt natürlich Deals dahinter, aber die Größenordnung zeigt halt auch, dass es extrem wichtig ist, aber ein riesen Shoutout an RBSC. Ich nutze glaube ich seit dem ersten Dienst Report immer wieder die Plattform hier, um zu sagen, vielen lieben Dank und bitte kommt dazu, unterstützt uns. Wir wollen weitermachen und ja, das ist das Fundament, dass wir das eigentlich alles hier machen können. Ich freue mich auch schon wieder auf die Gamescom. Es ist so toll, da mit der Community in Kontakt zu treten, die Leute zu treffen, die sich auch freuen, sich mit denen auszutauschen. Das ist echt super cool. Ich habe noch was vergessen, Affiliate-Links sind glaube ich irgendwie um die 80.000 Euro, die wir da machen. Das war früher auch mal mehr, aber die haben sich halt auch geändert. Ja, was ist es eigentlich? Die restliche Summe von knapp 3 Millionen Euro, die wir noch reinholen müssen dieses Jahr, wir haben jetzt Ende Mai, bin ich sehr zuversichtlich, weil wir halt auch schon über ein paar Millionen Euro an Angeboten und Leads draußen haben. Das kann man natürlich nicht sagen, dass die alle was werden, aber wir sind ja in ständigen Gesprächen und haben echt noch die umsatzstärksten Quartale vor uns. Also ich bin zuversichtlich, es wird allerdings nach wie vor herausfordernd und ich hoffe, dass wir wirklich wieder mit schwarzen Zahlen und einem guten Plus abschließen werden und endlich wieder einen neuen Puffer aufbauen, weil der ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, der ist aufgebraucht. Also es ist schon auch ein klassisches Dings, make it or break it. Julian sagt jetzt Sadman für die Socken. Ja, vielleicht müsste man den Sadman noch ein bisschen größer rausbringen. Es ist bei uns gefühlt über jedes Jahr. Insofern ist es aber jetzt schon so, das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und ich habe vorhin ja auch noch mal gesagt, dass was die Werbepartnerschaften und so weiter reinbringt, das ist extrem wichtig. Wir brauchen diese Werbepartner. Und die alleine wiederum ermöglichen auch nicht die Sendung. Also dass wir in Warsteiner als zweijährige Partnerschaft haben, ist super klasse, dass die in den Sets stehen und so weiter. Aber es finanziert uns nicht die ganze Sendung. Es ist ein Teil dieser Finanzierung. Dafür sind wir viel zu groß geworden. Aber wir brauchen sie. Und gerade solche langfristigen kollegialen Partnerschaften sind extrem wichtig. Wir haben ja gerade wieder so eine Community-Umfrage gemacht über Sales. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Griff. Die werden jetzt irgendwie auch eingeblendet. Was ist denn die Frage? Zu viel gerade, okay. Nicht zu viel. Aber was ist die Frage? Aber ich glaube nur vier Prozent haben gesagt, dass sie es viel zu viel Werbung oder zu viel... Ah, okay. Es ist euch zu viel Werbung. Okay. ... viel Werbung finden und 68 Prozent sagen, es ist vollkommen okay. Aber es war ein ziemlich positives Ergebnis, wo wir zufrieden mit sind, dass es angenommen wird und dass die Leute anscheinend auch verstehen, dass neben dem Rocket Bean Supporters Club trotzdem auch Werbung stattfinden muss. Und ja, deswegen. Es wird, wie gesagt, ich habe es ja dreimal gesagt, es wird herausfordernd, es wird spannend, aber wir sind am agieren und nicht am reagieren. Und das ist wirklich ein maßgeblicher Unterschied zu den letzten beiden Jahren. Das war so frustrierend. Ich glaube, ich würde da vielleicht auch noch mal ergänzen, weil wir uns ja auch damit oftmals beschäftigen. Es ist ja nicht die Frage, es ist zu viel Werbung, sondern auch, was machen wir, in welcher Form integrieren wir das? Und ich glaube, das kann man hier auch noch mal ganz klar sagen, wir machen uns das nicht leicht. Also auch wenn wir in anspruchsvollen Zeiten sind, ist es nicht so, dass bei uns halt jede Partei, die irgendwie mit Geld winkt, hier einfach durchgewunken wird und gemacht wird. Also es gibt ganz viele Anfragen, die wir ablehnen, weil wir sagen, sie... Das stimmt. Es gab eine Anfrage, ich sage jetzt nicht, was für ein Unternehmen das war, aber die hätten, glaube ich, über 500.000 gezahlt für eine Integration. und haben wir Rheinmetall, wir nennen dich Borussia Dortmund. Ihr braucht jetzt nicht raten, ich werde es eh nicht sagen. Kein deutsches Unternehmen, so viel kann ich schon mal sagen. Und auf jeden Fall haben wir das abgelehnt. Also ich hätte es gemacht, aber ich wurde überstimmt. Passen nicht. Es gibt ganz viele Anfragen, bei denen wir gemeinsam gucken mit den Partnern. Heckler und Koch war es, okay. Wie können wir das auf eine Art und Weise integrieren, dass das für euch da draußen passt, dass das für uns passt. Also da fließt bei uns schon eine Menge Hirnschmalz und Arbeit rein, diese Integrationen und diese Werbeflächen so zu gestalten, dass wir alle das Gefühl haben, das Gute, das, was wir alle wollen, auch natürlich für die Partner, das kommt raus, aber wir sagen nicht zu allem Ja und Arm. Und das ist wirklich, das ist so, weil das natürlich maßgeblich dann uns auch untergraben würde in der Integrität, in der Identität und so weiter und so fort. Kann man, glaube ich, an dieser Stelle eben auch einfach mal gesagt haben, deswegen. Aber es ist schön, dass die Umfrage so positive Zahlen auf jeden Fall auch da draußen, was die Integration angeht. Ja, wir sind jetzt ja eigentlich so langsam aber sicher. Dann tatsächlich auch schon. Könnten noch ein paar Sachen spoilern. Auf der Zielgarten. Ja, Arno, wenn du noch ein bisschen was hast, haben wir auskommen. Aber Heiko hat die Resilie, die gleich kommt. Wobei, was war auf den Podcast, Spotify Podcast Charts auf Platz 8 bundesweit? Was war sogar auf Platz 1 bei den fiktionalen Podcast Charts bei Spotify? Das hat eine 5-Sterne-Bewertung. Ich glaube, das war Looten und Leveln, oder? Da würde ich sagen, da muss eine zweite Staffel her, oder? Ne, ich freue mich total. Das war ja auch so ein bisschen so ein Experiment, das ist total schön geworden, das hat total Spaß gemacht, das anzunehmen, total atmosphärisch, das nur über Sound zu machen. Wir sehen es ja auch bei den Abrufzahlen und bei unseren VODs von Pen & Paper, dass ganz viele das auch als Podcast einfach hören und das jetzt noch mal so ein bisschen abzuleveln und mit Musik zu machen und mit Geräuschen und so weiter. Total geil. Und dass sich das dann auch irgendwie in den Zahlen so niederschlägt und in den Abrufen, macht uns irgendwie schon stolz und zeigt, dass wir echt auch nach wie vor immer wieder kreativen Kram raushauen, das ist das, was uns antreibt. Und sowas ist total schön und da gibt es eine zweite Staffel, die jetzt gerade in der Planung ist. Yay. Ja, Pen & Paper ist ja eigentlich das Stichwort, ne? Ja. Lieber Heiko. Da kann ich auch ankündigen, dass etwas viel Gewünschtes weitergehen wird, was logistisch aber nicht so einfach ist, weil eine Person davon in Japan lebt, die beteiligt ist und vor kurzem auch mit Simon dort gesehen wurde. Ich, was kurz, Morat Manor wird weitergehen. Und zwar in absehbarer Zeit, schon im August wird die Geschichte endlich weitererzählt. Ja. Und auch das ist Teil, um das mal so zu sagen, ne? Pen & Paper, wir wissen, es ist eine unglaublich wichtige Kompetenz von uns und dieses Aufdröseln zu sagen, da machen wir mal Podcast, wir gucken mal, was ist wirklich super wichtig. Wir hatten vor kurzem UKES allererste Spieleleiter-Premiere hier. Ja, Steffen macht einen Hammerjob einfach. Natürlich, Steffen völlig ungenommen, der ja so dauerhaft die verschiedensten Themen von sich aus von extern reinholt. Also ich glaube, das ist in diesem Jahr wirklich spürbar und zuletzt mit Morat Manor hoffentlich dann auch bei jedem angekommen. Pen & Paper sind uns wichtig. Wir wissen, dass wir das können, dass das zu uns passt, dass uns das Spaß macht, dass ihr das wollt. Und das eben auch ein bisschen zu stärken ist definitiv auch ein inhaltlicher Aspekt in diesem Jahr, auf den wir gesetzt haben. Ja, Morat Manor, ich glaube, das ist eine richtig schöne, schöne, tolle Nachricht zum Ende. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen, unseres kleinen Beans-Reports. Und das war eine Menge Holz, jede Menge Informationen. Ihr könnt es euch natürlich noch mal filetiert in Häppchen angucken und ihr könnt auch eure Fragen und Anmerkungen stellen bei uns im Forum auf Rocket Beans TV. Da gibt es natürlich ein Flat dazu, da könnt ihr noch mal entsprechend nachbohren und dann werden wir schauen, gerne auch, was ihr euch für den Rocket Beans Supporters Club wünscht. Ob ihr da irgendwie noch irgendwelche Features oder was auch immer, also wir wollen da auch ewig dran, ne, ewig, wir wollen da auch, wir wollen da auch durchgehend dran arbeiten. Das ist sehr ewig, wir wollen da auch ewig dran arbeiten. Das ist ein deutscher Versprecher auf jeden Fall. Genau, aber wir werden daran ewig arbeiten, wie an so vielen. Und ne, wenn ihr Wünsche habt für den Rocket Beans Supporters Club, braucht ihr raus. Was soll ich sagen? Genau das solltet ihr tun. Arno, Heiko, es war schön, mit euch hier zu sitzen im Homeset, das manchmal auch Löffelmesser-Cabelset ist. Das ist die Magie des Internetfernsehens. Es hat Spaß gemacht, mit euch hier zu plaudern. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert das Ganze, stellt eure Fragen. Wir bemühen uns dann hier, eventuell noch ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen, euch noch ein bisschen mehr von dem zu erklären, was uns so umtreibt. Aber ich glaube, das war erstmal ein ordentlicher Einblick in das, was wir so vor uns haben. In diesem Sinne, tschüss. Haut rein, macht es gut. Tschüss. 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 Meine Herren, endlich ist es soweit. Ihr seht, für einen Moment durch das Portal eine menschliche Gestalt und ihr könntet schwören, was es sich um Strauß handelt. Strauß. Wir sehen uns in Berlin, meine Herren. Richtig professionell mit so einem Teaser am Ende noch. Stark. Ja, das war das der Beans Report 2024 mit vielen Informationen rund um den Sender. Ich habe versucht, hier auch nochmal ein bisschen jetzt ein bisschen quaked, auch nochmal ein bisschen meinen Senf dazu zu geben, aus meiner Perspektive ein paar Fragen hier zu beantworten. Ihr könnt ja auch gerne nochmal hier in die Comments schreiben, was ihr so denkt. Wie immer, bleibt bitte höflich oder sachlich. Ihr müsst nicht mal höflich sein. Sachlich reicht. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir das Jahr 2024 gut überstehen und es weitergeht mit der Rakete. Ähm, jo. Und dann das Wunsch